Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute wieder zusammen mit Ben und Elina in einem ganz, ganz XXL-Gedöns-Bums-Gedöns-Ding und zwar Minecraft Bottle, der Film. Seid auf jeden Fall gespannt, was hier passiert, Leute. Ihr müsst uns ein alternatives Ende verpassen. Minecraft Bottle hat noch kein richtiges Ende. Schreibt es in die Kommentare rein, ganz, ganz wichtig. Ich wünsche allen, die meinen Instagram-Post oder meinen YouTube-Beitrag nicht gesehen haben, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht ins neue Jahr und slidet da noch immer weiter durch. Leute, wir haben es fast geschafft, hier 60.000 in 2023 voll zu machen. Team 100k bleibt in 2024 weiterhin aktiv, Leute. Also Abo dalassen, Glocke aktivieren und liken nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Jetzt viel Spaß beim Video. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute wieder. Wir sind nicht auf dem Minecraft-Freunde-Server, wir sind auf dem Gambo-Games-Server, Leute. Ja, willkommen zu Minecraft. Nennen wir das Flasche oder Bottle? Flasche, denn wir sind bei Flasche. Oh, da schreiben die Leute in die Kommentare für den Algo. Hey, Elina! Ja, let's go, es hängt super an. Zusammen mit Ben und Elina. Ich brauche mich in die Flasche einfach rein, so bin da. So geht es natürlich auch. Aber Elina, wir nehmen den legalen Weg nach unten, weil hier, habe ich eben schon kurz geluschert, sind Geschenke für uns. Junge, ich kriege nichts, oder wie? Du kriegst gar nichts. Was ist das denn? Na, let's go. Nehmen wir meine Geschenke mit. Es gibt nur ein Geschenk. Ich habe zwei Herzen. Das Ding geht krachen. Dafür habe ich zwei. So, Leute. Vielleicht habt ihr schon bemerkt, wir sind in einer riesigen Flasche. Die gucke ich gerade an. Let's go. Wir haben hier ausgerufen und weitere Flaschen. Ziel ist es natürlich, den Enderdrachen zu besiegen. Aber wir haben hier viel zu entdecken und auch ein paar versteckte Challenges, die wir gemeinsam beschreiten werden. Und das Geschenk war das hier. Wenn keine Ahnung, ob du was damit anfangen kannst. Schau mal. Ah, ja. Das Gute ist, wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen Essen, denke ich. Ich habe 1,5 Reulen. Ich mache eine Werkbank. Ich denke, das Ding geht krachen. Ich kriege nicht einmal Samen raus. Oh, let's go. Ich kämpfe gegen den Enderdrachen. Loll, guck mal, wie cool. Man sieht, was ich grafte. Ja, stimmt. Ich habe ein pinkes Schaf gefunden. Ist nice, oder? Ja. Ich habe eine automatische XP-Farm gebaut. Ich habe das im ersten Mal. Der ist selber lenkt, ah, der ist selber bricht ab, alles kaputt. Ich habe, äh, Gmail und Mogi. Obos. Ich habe jetzt schon. Ich habe beide umgebracht. Ich habe die Nassau gesprengt. Was? Ich habe technischer Fortschritt. Mogi, was wir machen dafür? Alles wieder gegen Brogi, äh, arme Brogi. Ja. Ich habe meine eigene Werkbank gemacht, weil die cool ist. Ich mache mir jetzt erst mal eine. Achso, wir können, wir. Hier ist eine Steinmine. Steinmine. Ja, ich gehe sofort rein. Jungs, das hört sich, äh, das hört sich aber schon sehr gefährlich an da unten. Nein, nein. Und ich habe zweieinhalb Herzen. Alles gut bei uns läuft. Alles safe? Wir sind die Minecraft-Profis. Ben und Elina. Die sind immer am Start. Immer am Start. Ben, kannst du mir die, kannst du mir die Hacke mal geben, bitte? Ich muss, ich will Körner anpflanzen. Hier, Weizenkörner. Wir brauchen was zu essen. Ich habe zwei Herzen, Junge. Hier ist Eisen, ich habe Eisen. Ich habe Full Iron. Äh, baue ich ab. Full Iron. Ich kann das alles nicht. Ihr habt einen Fortschritt. Ich habe eine Obsidian-Brustplatte. Ich glaube, ich höre jetzt sogar einen Spinnen vorne. Was? Und Lava. Das Ding geht so krachen, ey. So, jetzt hole ich mir genügend Stein für den Bräder. Ich bin am überlegen, ob es schlau ist. Ein normaler Bräder. Du hast ja das Eisen abgebaut. Ist es schlau, ob ich jetzt schon woanders hinzugehen? Ja, ja, ob ich so geklaut bin. Was hast du gesagt, Gamow? Ich frage mich gerade, ob es schlau ist, jetzt schon woanders hinzugehen oder erstmal die, äh... Wo kommen diese Spinnen überhaupt her? Hört ihr das auch? Ja. Da gibt es locker ein Loch irgendwo in der Hülle oder so. Ist das ein Nerven? Hahahaha. 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 Oh, ich habe den Spindingsbums gefunden. Äh. Nein. Doch. Ist das ein Spawner? Ist das ein Spawner oder wie? Wenn jetzt mal ehrlich bist du hier wirklich noch... Aua, Gamow. Ich habe noch 2,5 Herzen. 2,5 Herzen. Ja, das ist eindeutig ein Spawner, Leute. Äh, da mache ich mich auch anders weg. Ich habe Hunger, Hunger, Hunger. Hier ist ganz viel Glas drin. Och, das esse ich am Nix. Hier ist ein Bücher drin. Lies mich. Ne, ne, wir schaffen das. Wir machen ja Hardcore. Jetzt auch die Bücher. Da drüben sind auf jeden Fall Kühe. Das wäre eine... Also es wäre jetzt natürlich schlau. Wir haben hier Glas, um uns rüberzubauen und noch Glas für eine Challenge. Aber das ist eine geheime Challenge. Das sage ich euch gleich erst. Weil sonst cheatet Ben wieder. Nö? Oder wir können angeln. Ja, wir konnten mit den Spinnen ans Leben machen. Stimmt. Wir können auch Fische angeln. Ben ist so... Ich habe Ben auch nie so produktiv gesehen. Der hat hier schon eine Farbe mitgebaut. Ich habe sie einfach nur das Zucker rausgeleucht. Let's go. Fühle ich aber. Hier, das für dich. Danke. Alter, ich habe die so alle One-Hit-Fertig gemacht. Ist das jetzt ein Spawner? Oh nein, ich sterbe! Nein, Elina! Als erstes stirbt hat Karius. Das ist nicht falsch. Aber. Junge. Nein, ich weiß nicht, was ich hier gar nicht fühle. Ich würde halt gerne... Oh, ich bin auch fast tot einherz. Meine Sachen, meine Sachen. Ich habe die aufgesammelt. Ich habe die aufgesammelt. Wer war nur noch nicht wirklich weg, Alter? Das war meine... Du kriegst das doch. Ich habe das doch nur in Sicherheit gebracht. Schau, das kriegst du. Und das und das und das und das. Können wir eine Fackel machen? Wo sind die Fäden, Gambo? Ich habe keine Fäden. Gambo, wo sind die Fäden? Ich habe die Fäden nicht. Leute, wir sind doch Freunde. Ich habe alle mit... Oh! Jetzt habe ich Kohle. Jetzt kannst du eine Fackel machen. Ich habe die Fäden, Freunde. Finde ich Bens Loch, wo er hier durchgefallen ist? Es sind nur zwei. Ich bin gebrochen. Hey, wieso baut mir das... Du brauchst doch auch nur zwei, oder? Na... Doch. Bist du dir sicher? So. Ja, ja, ja. So. Mein ganzes Holz wurde mir gerippt. Nice water energy. Water energy. I'm ready. Also, meine ich raumsgesichert. Ich habe dein Holz. Ja. Ich habe Goldapfel. Den behalte ich. Nur für mich. Goldapfel? Was? Ist das eine OP-Goldapfel? Ja. Nee, ist es nicht. Wenn ja... Ich habe Fäden. Ich habe so viel, ne? Ich habe Full Diamant. Junge. Ich bin ein Monster. Ich habe einen Lachs. Ich habe Hunger. Mau! Wenn ich weiter so Hunger habe, dann esse ich Feigen. Ey! Warum? Warum? Lass mal angeln, alle. Lass mal eine Angler-Gang. Lass mal einen Angelschein machen. Angelschein. Haben wir überhaupt genug Fäden? Ja, natürlich. Ich habe... Ich bin Skelett. Teilzeit-Skelett. Muss einen Nebenjob machen. Und was verdient man da so? Zu wenig, Elina. Zu wenig. Deswegen siehst du auch abgemagern aus. Und ich genau neben mich kam und dann sehe ich nicht. Hä? Mach mal ein bisschen Kopf beiseite, dass ich sehe. Das zieht doch nach unten, Ben. Nee. Das geht dann so richtig runter. Kann man so nerven. Wo ist der hingeflogen? Der ist anders weggeflogen. Let's go. Ich habe einen richtigen Fisch, nicht so einen Kackfisch. Ich brauche einen richtigen Fisch. Nee, du hast einen Pufferfisch gehabt. Das habe ich ganz genau gesehen. Ja, aber hier ist er richtig. Tütti nicht. Ben, du alter Ehrenloser. Das war eine Lachsfamilie. Elina, sag das doch nicht so. Das war es, ey. Oh, da ist ein Lachsbaby jetzt ohne Eltern. Du bist doch da auch ein Lachs. Du hast den Lachs in den Ofen getan. Was? Der hat sich ja freiwillig dazu entschieden, dass er an den Haken geht. An den Köder, ja. Ich habe keine Köder. Ich mache hier ohne Köder. Ich mache hier nur eine blanke Angel rein. Komm schon, ein Fisch noch. Ich würde sagen, lass danach zu den Kühen rüberbauen. Ich denke jetzt hier großartig, einen auf Farmerama zu machen. Und hier Ding. Oh, ich habe Neu-Nemo gefunden. Kann man den eigentlich auch braten? Nein, der ist ungenießbar. Nikkelhaar. Nikkelhaar. Haben wir da drüben auch? Warte mal. Da muss doch irgendwo so ein... Sind da drüben Schafe? Bestimmt. Bestimmt, oder? Da drüben sind Kühe. Ben, kannst du bridgen? Ach, da drüben sind Schafe. Ich sehe es. Ich sehe da ein Schaf. Schaf located. Was? Ben, kannst du bridgen? Was? Bridgen? Ja. Na? Na? Na, ich packe jetzt auch mal alles hier rein. Mann, ey. In diese Richtung hier? Hier sind die Dinger. Nee, in die. Andere Richtung, Benjamin. Ah, das ist mal richtig locker flockig. Machst du easy? So. Weiß ich jetzt nicht. Er muss natürlich auch einen anderen Weg benutzen. Also es ging nicht der Ding, der schon ready gemacht hat. Nee, nee. Muss nach seiner Pfeife gehen. Leute, mit den Tieren müssen wir richtig aufpassen. Könnt ihr mich mal loben? Wie krank ich das? Übel strong. Das war schon sehr strong. Wo hast du gesagt, könnt ihr mich mal loben, bevor ich meinen ersten Satz rauskomme? Ja, weil es geht, hat mir zu lange gedauert. Und das war sogar nur. Oh mein Gott. Denn es ist wirklich sehr wichtig, dass die jetzt auch... Oh, wir kriegen sogar ein bisschen was vorgegeben. Oh, Ehre. Komm schon, friss das. Macht Liebe. Wir müssen aber irgendwie die Tür jetzt safe auf unsere Seite bekommen, weil jetzt sind sie nicht mehr ganz so safe, weil... Ja, die können doch hier bleiben. Nee. Ja, doch, die können eigentlich hier bleiben. Aber die springen doch gleich hier hoch. Ja, stimmt. Oder wir ballern hier so ein Blockhänd. Ja. Bin ich jetzt aber nicht abgereicht. Ja, wir können es ja vergrößern. Wir können ja alle Gehege einfach zusammenwerfen. Oder wollen wir das getrennt halten? Nee, zusammen. Zusammen, ne? Weil dann würde ich hier einfach... Zack. Machen wir hier einfach das Gehege größer. Bab, bab, bab. Bab, bab, bab. Bab, bab. Sieht ganz weird aus alles hier. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Hier noch so lang. Mir ist eine Kuh runtergefallen. Nein! Waren wir jetzt. Benja. Wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, weil wir haben ja da schon eine kleine Kuh, aber... Mir sind drei Kühe runtergefallen. Benja, wie? Die Wand steht schon mal solid. Wo ist Elina eigentlich? Ich bin am Buddeln. Ja, auf der Flasche ist einfach ein Creeper auf unfassbar lockere Lockbasis. Das Blöde ist, ich habe ein ganz spezielles Resource-Paket drin, Leute, wo ich die Ränder von dem Glas nicht sehe, weil das sonst ganz weird aussieht. Und das führt dazu, dass ich hier teilweise einfach ins Nichts fallen kann. Ich spiele gerade auf schwer. Yolo, Wambel, Yolo. So, ist das jetzt komplett full? Ja. Dann können wir jetzt alles aufmachen, ne? Oh mein... Ich habe es komplett Prime-mäßig gesehen durch meine Vitrine da. Ey, Mann. Ist das jetzt alles voll? Jo. Ich mache einen Step nach vorne, Digga, instant tot. Was ist das, Alter? Mann. Aber ist okay, ich habe ja zum Glück auch nur 20 Weizen bei mir gehabt. Nein, ist das unser ganzes Weizenverlor, das? Ben, das passt schon. Wir haben ja hier auch noch was angepflanzt und wir haben auch Knochenmehl bekommen. Das kriegen wir alles hin. Gar kein Thema. Ähm. Hey. Ich habe ein Ei. Kein Ohm. Bewegen die sich aus den Ecken, aber nicht raus. Das ist ein Doof. Echt? Ich stripp meine Jonen, Leute. Ich muss hier mal kurz checken, ob hier irgendwo Löcher sind. Ich sehe das nicht. Ich habe ein Dia gefunden jetzt. Ohne Witz. Ich habe ein Dia gefunden. Hey? Ja. Wo bist du überhaupt? Wo buddelt du? Ach so, du bist noch auf unserer Starterinsel? Ja. Oh, okay, 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 okay. Aber ich kann keine Werkbank machen aus irgendeinem Grund. Höh? Ja. Bist du normales Holz benutzt? Es kann sein, dass es kurz geleckt hat. Ah, okay. Ah, jetzt geht's. Ja, okay. Das ist eine Eisenspitzhacke. Eisen. Eisen. Ja, für Diamant. Ja, ich habe auch eine Eisenspitzhacke mit dem Zutraff. Du bist ja cool. Du hast doch mehr Kisten. Oh, warte, ich lasse es noch extra rausfaden. Check das mal kurz. Guckt in Chat bitte, Leute. Ja. Bam. Sehe nix. Oh, Digga. Erste Folge Instant Diamanten. Ich habe vier, fünf, sechs. Das ist strong. Das ist sehr strong. Ei. Kein Huhn. Schade. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, Captain. Ich habe noch mehr Eisen gefunden. Zurück. Elina, anders am durchstarten. Also, eigentlich, okay, wir haben jetzt gar keinen Weizen mit. Das ist ein bisschen belastend. Ja. Ja, ich habe alles genießen. Ja, es war sieben. Okay, ich habe sieben Weizen mitgenommen. Minecraft-Fehler Nummer eins in Minecraft-Handbuch. Oh, keine Knochen mehr. Ich habe Redstone gefunden. Wir können eine andere TNT-Kanone bauen. TNT-Kanone. Oh, Gambo. Wo, was? Wo? Du hast hier einen Stein platziert. Die können da einfach rausrennen. Habe ich gar nicht. Doch, natürlich. Den hast du da platziert, um da rauszukommen. Nein, nein. Ich habe außen einen Platz hier, nicht innen. Ich, du, da ist ein Loch. Ich sage doch, dass da ein Loch ist. Das Loch war da vorher nicht. Du musst das da reingeschlagen haben. Oh mein Gott, ich habe noch ein Loch gefunden, will ich jetzt nur mal sagen. Ich habe doch alles abgelaufen. Da war kein Loch. Wenn ich sehe, da ist doch... Ich habe da wirklich... Also, ich habe ja nichts am Boden abgebaut. Real Talk. Na, das passiert kann das nicht mehr. Ich habe alles verloren. Ich hatte 700 Diamanten bei mir. Ach so, okay. Ich habe die Labe auch gefunden. Ich muss kurz den Bestand checken. Von den Tieren sind doch alle da. Wir können ein Portal gießen. Mach einen Eimer. Wir können gleich mal... Nee, es gibt kein Portal, glaube ich, habe ich gelesen. Nee, nee, stimmt. Wir dürfen kein Portal gießen. Das habe ich aber in einmal schon gemacht. Zug abgefahren. Naja. Kannst du einen Achselschrodel haben. Achselschrodel. Achselschrodel. So, wir können uns, denke ich, bald... Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Na, ist stark. Ohne Wiss. Ich denke, wir brauchen Leitern. Ich mache mal Leitern. Mittlerweile ist es richtig langweilig, wenn jemand sagt, es regnet gerade so krass bei mir. Weil... Keine Ahnung, ich habe eine Frage zu. Keine Ahnung. Wenn über den Wolken... Boah, das ist ja echt so, ne? Wenn wir wohnen über den Wolken, das kannst du aber nicht. Ja, dann siehst du den Regen nicht. Das stimmt. Echt jetzt? Ne, also wird ja in den Wolken produziert. Du siehst das. Aber wie macht das dann dein Shader? Da wird doch die Welt dunkler. Weil man kann sich, während man craftet, die Sachen gegenseitig rausstibitzen, ne? Da hat sie jetzt was gesagt, Gambo. Benjamin, jetzt habe ich den gestrumpen gecraftet. Ich wollte es nur testen, ob es wirklich geht. Ich wollte es wieder... Junge, warst du zu langsam. Ich habe euch elf Diamanten mitgebracht. Boah, elf. Elf Diamanten sind strong. Elf Diamanten sind sehr strong. Ja, ich habe mein ganzes Weizen verloren, als ich runtergefallen bin. Oh, da haben wir jetzt wirklich kein einziges. Doch, 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 doch. Ich habe noch einen Weizen, weil den Rest habe ich halt an die Tiere verfüttert. Und wir haben natürlich ein Bombenfeld hier, ne? Ein Sechser. Was war das jetzt? Ein Sechser. Ein Sechser. Hallöle, Leute. Da bin ich wieder. Ein knackiger Sechser. Auf der anderen Seite habe ich gearbeitet für uns alle. Hier. Stark. Feierlich. Die elf Diamanten. Junge, elf Diamanten. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Danke, Mambo. Kriege ich mehr Lob, bitte? Noch mehr Lob? Ja. Super gemacht. Ja, krass. Jetzt sieht das im Video so aus, als hätte ich komplett zusammenwachsenlos gelacht, Digga. So wie immer. Was esst ihr heute? Was wir heute essen? Ja. Curry. Echt jetzt. Ja. Also, es ist jetzt ein Meme so, aber es ist halt wirklich so. Machst du nichts? Ich weiß noch gar nicht. Muss ich mal gucken. Mal schauen. Ich esse heute vegane Chicken Nuggets. Wollen wir uns da rüber bauen, Leute? Ja, stimmt. Lass mal eine neue Ding. Fast bridging. Ich mach das nicht. Wo sollen wir hin? Lass mal hier rüber. Ah, stimmt. Warte. Wir brauchen neue Holzarten. Das hat mit der Challenge zu tun, Leute. Ich denke, die Richtung ist besser. Ach so. Ich bridge diesmal. Ich kann fast bridgen. Zeit, Gambo. Birke. Pass auf. Ich bin gespannt. So, zack. Ich packe erstmal kurz alles weg. Was denn mit mir? Das ist doch nicht bridgen, was du da machst. Hm? Mann, oh. Er ist ganze sechs Blöcke gekommen. Jetzt du, Elina. Aber das sah schon, das sah semi-professionell aus. Das weiß ich nicht. Das sah vor allem hoch aus, aber nicht weit. Ja, aber das ist dieses, das macht man so. So, hier durch. Oha. Elina anders professionell. Erstmal runterboxen. Boah, da sind Bienen. Oh, da sind Bienen. Ey, bei dem Bienending müssen wir aufpassen, weil sonst fliegen die uns halt wirklich weg. Hippie. Willkommen in unserer neuen Welt. Da hinten ist Dschungel. Honig. Flaschen. Noch mehr Flaschen. Nichts. Wir teilen uns auf, damit sie nicht verloren gehen. Zack. Sind hier auch Bienen drin? Hink. Oh, das hat meine Milz. Gesundheit. Das war die Milz. Gesundheit. Das war die Milz. Hat jemand eine Axt? Ja. Wer hat seine Fäuste? Stabider als eine Axt. Wir haben doch jetzt Holz. Warum haben wir eigentlich keine Axt gemacht? Wir haben keine Standards. Ich habe eine Axt. Da ist ein Enderman, der hat die Brücke gegrieft. Ich habe eine Axt, aber die ist in der Kiste. Der hat nicht die Brücke gegrieft. Hat er nicht? Der hat doch einen Block in der Hand. Schubst ihn mal runter. Ich greif den nicht. Na, hau rein, Bruder. Nicht heute. Da hat mein Ameisen noch. Siehst du das? Da habe ich elf Diamanten rausgeholt. Bin ich... Du bist so gemein, Alter. Ohne Witz. Das war unsere Einsgehung. Aber Elina ist richtig random runtergefallen. Unsere Eisenspitzhacke. Ich habe noch eine Elina. Eisenspitzhacke? Die unbenutzte ohne Glück ohne Dias. Die haben wir jetzt. Die schmutzige. Ach nee, wir haben auch meine. Die habe ich auch verloren vorhin. Die haben wir auch nicht mehr. Wir hatten eine Glücksspitzhacke? Nein, sie meinte nur. Ich hatte so technisches Glück. So weißt du so. Ach so. Dieses Fake-Glück. Spirituelles Glück. Dieses... Wie nennt man das? Diese... Dieses Fata Morgana-Glück. Ja, aber da gibt es doch ein Dings für. Wenn man so einen Stein in der Hand hat. Und das bringt dir übelst glückmäßig. Ich bin hier gerade ein bisschen... Glücksbringer. Ich bin dafür, dass wir einen von uns jetzt noch mal runterkippen. Hier runter bei uns. Ich habe Tiere vermehrt. Ja. Komm nicht mehr raus. Hab ein Problem. Ja, selber schuld. Geh sterben. Junge. Also im Minecraft natürlich. Im Minecraft im Spiel. Komm nicht raus, Leute. Denn wo bist du? Das ist mir egal. Bei den Tieren. Das ist mir jetzt egal. Ich gehe dem kurz helfen, weil ich denke... Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Boah, Dieb. Wenn es so dunkel, schwierig da draußen. Ja, der fragt mich, wo ich bin. Ich sag's ihm, er rennt weg. Hö, ich komme doch. Bei den Tieren. Ach so, bei den Tieren. Ich dachte, du warst bei den Bäumen. Du bist Mama Elina hier wieder. Sag doch, dass du bei den Tieren bist. Warum komme ich hier wieder? Es ergibt auch keinen Sinn. Achtung, Benni, schubst dich. Ich kann nicht sprinten. Ey, ich finde das so uncool. Ich nehme alles aus der Kiste raus und ritsch mich rüber. Ich ritsch mich rüber. Ich ritsch mich jetzt mit elf Dias rüber. Mein Bett tut's nicht. Oh mein Gott, da sind Mobs, da sind Mobs, da sind Mobs. Das Ding geht so krachen hier. Ben! Was denn? Hattest du die Dias? Natürlich nicht. Hallo. Oh mein Gott. Da haben wir heute alle Dias. Nein, hatte ich nicht. Ich muss aber kurz meine Sachen holen. Mann, wir brauchen Betten unbedingt, aber dafür brauchen wir mehr Schafe und dafür brauchen wir mehr Weizen und dafür brauchen wir einen Farmer. Ah, habt ihr gesehen? Nee, das muss nicht sein. Habt ihr gesehen, die bringen jetzt eine neue Version, hauen die die Villager, diese ganze Villager-Dynamik weg, ne, mit dem Bücher traden und so. Nein! Das ist das Einzige. Nein. Das ist komplett für den Arschland, ja. Benjamin, sag das nicht. Jeder Villager kriegt nur noch vier feste Verzauberungen in Abhängigkeit von dem Biome, dem er den Job kriegt. Das heißt, wenn du verschiedene Verzauberungen hast, musst du verschiedene Biome abdecken und die maximale Verzauberung, die er haben kann, ist auch nur drei. Also beispielsweise Schutz drei. Besser kannst du nicht kriegen. Ja, okay, aber das kannst du ja immer noch hochcraften. Nein, Schutz. Ach so, ja. Du kannst ja zwei... Ja, gut, aber du wirst halt da ein Zehn Biome dafür brauchen, ne. Aber was ist mit Reparatur dann? So genau weiß du es nicht, aber ich hab's noch gekauft. Also es wird dann wahrscheinlich in so einem, ja, in so einem speziellen Biom dann sein. Jetzt die... Aber das ist ja übelnervig. Nee, das macht da auch Sinn, dass es das überhaupt gab. Der Verzauberungstisch hat basically keinen Sinn mehr einfach. Ja, das heißt ja auch nicht Verzauberungsstisch, sondern Zaubertisch. Das stimmt, ja. Aber Zauberung kann man sagen. 1-0 für Elina. Ich will voll fortieren auf die Minecraft-Spieler. 1-0 für Elina. Ja, danke. 1-0 Elina. 1 Elina, Mojang, 0. Elina, bist du unten? Ja. Willst du hochkommen? Warum? Es gibt jetzt eine Challenge. Eine Challenge. Eine Schalange. Ja, ich hab nicht gedacht, dass du irgendwo rankriegst, ey. Ich? Hä? Ach, mit Engine Debris. Ach so. Ich wollte grad sagen, so hä? Sind alle da? Ja. Yes. Leute, wir haben ja eben Glas hier drin gehabt. Eigentlich war das nicht zum Bridge gedacht, aber wir bekommen jetzt alle... Also jeder von uns bekommt so zwei Stacks oder maximal drei. In drei. Je nachdem, wie viel wir brauchen. Und in drei Himmelsrichtungen, außer zur Main-Insel. Obwohl, können wir... Okay, egal. Ihr könnt euch eine Richtung aussuchen. Könnt euch so zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke in die Luft rausbauen. Und müsst eine kleine Flasche bauen. Und die so gestalten, wie ihr sie gerne hättet. Das ist alles so ein bisschen hier... Wir haben auch so Custom-Zeugs, was wir verwenden können. Problematisch ist nur, dass wir halt keinen Farbstoff haben. Also wir haben schon Farbstoff, aber nicht genug Wolle. Deswegen müsst ihr auf Farbe verzichten. Das wird ein bisschen blöd. Aber ansonsten könnt ihr euch aushoben, wie ihr wollt. Die beste Flasche gewinnt. Okay, ich mach... Die Leute in den Kommentaren entscheiden, wer die beste Flasche hat. Bin ready, Bombetti. Hab schon angefangen. Wow. Ja, schon angefangen. Warte mal, in welche Richtung brauche ich das hin? Braucht man eine Flasche? Ich gucke mir auch kurz eine Vorlage an. Warte. Eine Vorlage? Chillig. Ich gucke gerade... Eigentlich kann man sich ja einfach mal umgucken. Dann sieht man das ja instant. Also ich muss auch was reinbauen. Jaja, da muss schon... Also die Flasche muss irgendeinen Sinn haben. Das kann auch eine Fun-Flasche sein. Wir sind so krass am Anfang gerade. Ich gucke auch jeden Gunnergy. Ich kill eine Biene und mach mir einen Bienenmopf. Junge. Wir haben eh genug. Ich bin runtergefallen. Im Glück hatte ich nur ein Stacks Glas dabei. Ich denke, ich muss das Resource-Paket wirklich rausnehmen. Das ist mein Tod. Aber das sieht so dumm aus. Seht ihr permanent bei allen Gläsern die Ränder? Ja. Das sieht doch übelkacke aus, oder? Übelkacke aus, ja. Also mit Resource-Paket sieht es schon viel smoother aus. Aber das führt halt dazu, dass wirklich ich diese... Also ich sehe den Rand halt nicht. Ich habe halt kein Glas mehr. In der Kiste müsste noch was sein. Safe. Aber ich dachte, wir dürfen nur so drei. Weil das ist ja voll unfair, wenn der andere... Ja gut, also es soll jetzt auch keine Prime-Dings werden. So ein bisschen plus minus passt. Boah, ich bin jetzt hier hoch. Ja, oder? Boah, ein Bienenmopf wärst du jetzt echt, ne? Ja. Stimmt. Ich denke, ich sehe mich da in einem Fledermaus-Morph. Ey. Habe ich den schon? Ne. Leider nicht. Ich habe eine geile Idee, da bräuchte ich Wolle für. Du kannst ja scheren gehen, wenn du Eisen findest. Ich habe eine Schere schon gemacht. Dann viel Spaß auf dem Weg dahin. Da sind aber Monster halt. Da sind Prime-Mobs. Boah, das ist alles voll auf gar keinen Tag. Da gehe ich dann. Gambo, geh mal weg, Alter. Hätten da gespinkst. Aber ganz ehrlich, ich habe gar keinen Plan, wie die Flasche gerade aussieht. Das Mann erkennt das auch von außen kaum. Also ich sehe meine Flasche nicht mal, Leute. Sorry, danke euch. Das Ding ist anders brucht. Ich denke, das ist auf jeden Fall groß genug. Oh, jetzt wird es endlich wieder hell. So. Ich habe kein Glas mehr. Warum haben wir nur noch zwei Dias? Weiß ich auch nicht. Benjamin. Das reicht ja gar nicht. Der hat gerade zwei Dias wieder in die Truhe gelegt. Elina, mich dreht es komplett. Der hat drei Dias. Hast du eine Brustplatte gemacht? Nein, hast du nicht. Doch. Nein, ich habe natürlich keine Brustplatte gemacht. Das glaube ich dir nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin fertig, glaube ich. Wir haben hier dekomäßig natürlich jetzt auch nicht allzu viel zur Verfügung. Bist du echt fertig? Guck nicht ab. Ich gucke doch gar nicht. Ich werde, denke ich, mit meinem Ding komplett abreißen. Ich habe nämlich ein geheimes Feature. Leute, habt ihr das gesamte Holz? Mann. Wenn ihr zu langsam bist, dann... Ne, ich habe alles gefunden. Wenn trollt. Das fällt mir echt schwer. Also mit diesen Sourcen hier. Also meine Flasche sieht nice aus. Das ist innen drin. Na ja, da habe ich losgelassen. Ich bin fertig. Selbst meine Flasche sieht nicht nice aus. Das sieht alles quatschig aus. Sag mal deine. Du weißt ja nicht, meine Flasche. Bei dir fehlt 90 Prozent. Benjamin, da fehlt doch nur noch der Deckel. Also flaschenmäßig habe ich dich komplett hops genommen. Das ist klar. Das glaube ich dir auch sofort. Meine Flasche ist nice. Nur das drin. Aber ich habe halt ein Highlight. Ein Diablock. Wie hat der das genutzt? Der Dreckige, ey. Du hast es doch nicht weg. Kann man doch wieder abbauen. Okay, wir haben keine Eisenspitzhacke, aber... So, so... Ne, kacke. Ich kann das nicht. Wie sieht denn Elinas Flasche aus? Oh ja, Elinas Flasche ist auch stark. Sehr stark. Uiuiuiui. Da kann ich nicht mithalten. Weil ich ehrlich sagen muss, in dieser Glastextur sieht irgendwie... Also man erkennt das fast gar nicht. Gib mir das jetzt sofort wieder. Was ist das? Danke, Ben. Bitte. Wie random. Das hört eigentlich sogar gar boner. Ich dachte, er craft gerade so. Du siehst das doch, wenn ich crafte. Dann schwebt da was drüber. Ey, Elmi. Benjamin, bitte. Guck mal hier. Du hast crafting-Rezet. Dann crafte ich mal. Guck mal, aber das sieht voll cool aus von oben dann. Das dreht sich dann so. Mich dreht es. Mich dreht es auch. Boah, ein bisschen Erde, Leute. Boah, ich habe eine Idee eigentlich. Hauptinsel, einen kompletten Layer klaue ich mir. Ist mir auch dumper. Diese Insel wird so kacke aussehen gleich. Elina, du wirst bei der Insel mit Abstand am besten abschneiden. Aber auch mit diesem Prime-Abstand. Nee. Nein, Ben. Bist du mit einem Dia-Block runtergefallen? Batsch. Mann, ich hatte kein S-Wersing, bin ich plötzlich nicht mehr gesprintet. Und der ist wirklich im Real-Talk nur ein Meter gesprungen. Wo ist meine Flasche? Ach so, da. Guck in den Spiegel. Ja, ich wollte auch zu viel mit der Schere. Jetzt habe ich keine mehr. Wir möchten das jetzt am besten. Ich mache das so. Sieht aus wie auf einer Baustelle hier, wirklich. Baustelle. Baustelle. Das Ding ist, das wird halt nicht grün werden. Nee, weil du kein Gras kannst. Ja. Kann man das auch so ratschen, aber man kann sich hinsetzen. Für all meine Freunde. So, ein bisschen Grünzeug. Komme ich auch wieder raus? Was kann ich da noch reinpacken? Uh, das ist strong. Kriegen wir noch ein Deko-Gegenstand hin? Ich denke nicht. Ich denke, das ist auch zu früh. Wolle wäre halt so big. Ich denke, ein Komposter wäre es vielleicht, um so Zeugs zu bekommen. Komm, raus hier. Hey, ich wollte auch noch... Wie, Junge, wie hast du ein Bett bekommen? Ich habe die Schere geschoren. Die Schafe geschoren. Die Schere geschoren. Die Schere geschoren. Ich habe die Schere so durchgeschoren. Okay, Bett ist natürlich big, ey. Bett ist big. Hm. Ja, ich denke ich... Ah, warte. Das hier können wir noch machen. Dann das hier noch. So strong. Ja, dafür brauchen wir noch einen Stein mehr. Wir packen den einfach auf die Seite und stibitzen uns den. Merkt gar keiner. Ich brauche eigentlich noch einen Stuhl. Oh, ich habe eine big, big. Big, big Idee. Big, big. Das sage ich dir nicht. Damit hole ich mir die Eins, Elina. Hey. So Sticks, Holz und so. Das kriegen wir hin. Ich kann nicht mehr sprinten. Ja, oder? Oh, ich betitle meine Flasche als fertig. Ich werde jetzt so die Eins holen. Ohne Bett. Was? What the fuck? Hahaha. Nein, was habt ihr gemacht? Hast du mit Absicht runtergefallen? Ja, ich wollte. Na schade. Das ist doch viel lustiger gewesen. Oh, Schreck runtergefallen. Hier, pass auf, Ben. Dropper. Ich muss ja ehrlich sagen, stark. Aber Leistung ist doch Arbeit durch Zeit, dass man einfach 100 Jahre braucht. Es gibt doch Abzug. Ja, also ich bin schon fertig. Ich bin auch fast fertig. Fast. Ich muss nur noch ein... Der hat da Blöcke gecraftet. Ich wusste immer, dass es die gibt. Holzknopf drauflegen. Heimvorteil. Leute, ihr habt das... Ihr seht das doch im Verzeichnis, oder nicht? Damit hole ich mir nämlich die Eins. Mit den Herzen, Leute. So, zack, 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 zack. Das ist der ehrenloseste Knopf hier gebaut. Also Kammer hat heute 200 illegale Blöcke gecraftet, aber eine Flasche hat er bis jetzt nicht gebaut. Doch, guck. Wie ist denn den Panschluss? Muck, Muck. So, ich bin auch fertig. Muck, 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 Muck. Ist der weg? Nee, der ist nicht. Ja, aber er hat mich auch nicht. Ist er endlich weg? Nein, der ist hier, der Muck, der Muck, Schalmann. Oha, Mucki! Voll süß, ey. Das war nicht ein Muck. Der hat gesagt, dass sie einen Like da lassen sollen. Habt ihr das gehört? Mucki, du bist die Supporter, ey. Der Erdmann. Mich so erschreckt, ich bin den so richtig am streicheln und knuddeln, Alter, und dann fängt er immer an so zu zwicken, Alter. Er beißt mir volle Kahüte in meinen Arm, weil ich ruhig seine Zähne gespürt habe. Ich hab mich voll erschreckt. Aua. Es tat nicht weh, aber ich hab mich nur so erschreckt. So, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir an die Bewertung, oder? Wer fängt an? Ich nicht, muss nicht. Bei mir. Okay. Okay, wir sind bei Elina sowieso eher näher dran. Ja, okay. Achso, Elina muss... Oh, ich hab gar keinen Weg. Kommst zu meinem Haus. Ich hab hier extra einen Weg gebaut. Ich hab mein extra abgebaut. Ja, hier ist eine extra Sicherheitsanlage, damit man hier runterfällt. Hier kann man reinkommen. Stark, stark, stark. Ein Tisch sogar, perfekt. Ein Bett, woher auch immer die Rolle. Ja, also das ist komplett Premium. Er hat da zwei Dinger abgeluchst. Krank. Ja, und dann... Ja, jetzt haben wir zwei von zehn Punkten. So. Ich möchte betonen, dass man... Ja, weil ich den abgebaut hab, damit's schöner aussieht. Aber guck mal meine... Also, meins ist nur zum Angucken, jetzt nicht zum Reingehen. Ja, ich will da anders rein. Ich dass sie mir noch meinen Diablock klaut. Hey, Grief, das ist... Ich will da rein, Benjamin! Das ist echt schlecht. Und dass du den Diablock hier geklaut hast, weiß ich auch. Ja, aber guck mal meine Flasche an. Die sieht nicht schlecht aus, oder? Ja, okay. Also, die Flasche, die ich hier seh, sieht echt nicht schlecht aus. Ja, ich sag eins von zehn. Dann mach ich 0,5 von zehn, weil ich hier korrigiere. Das gibt ne Minus 3 von zehn. So, Leute, jetzt kommen wir zu meiner absoluten... Alles tot, wir haben nix mehr zu essen. Und Nina, ich geb dir nichts von zehn. Das ist so gelogen. Warum werden hier denn Likes getradet? Kambo, du hast nicht mal eine richtige Flasche. Natürlich, siehst du das nicht? Was ist denn das für... Also, Kambo, ich denke... Lass mich mal nachgucken. Da ist auch einfach ein Loch, hier kann man... Was ist denn das hier, Kambo? Ich seh das doch manchmal nicht, das weißt du doch. Und hier ist auch einfach ein Random-Bloat. Junge, das ist übertrieben grumm und... Was hab ich denn gesagt? Grumm und schief gebaut. Ben, reinkomm jetzt! Hier unten ist der Durchgang. Hier, hier. Schaut mal. Ich hab hier einen Tisch mit Stühlen sogar. Meine Freunde können sich sogar hier hinsetzen. Das ist aber ziemlich klein. Ja, der ist wirklich sehr klein. Der zwickt auch ein bisschen, sag ich. Nach 10 Minuten sitzen, da tut's ein bisschen weh. Jo, jo. Oh, Mann. Ich sehe, du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Ich gebe dir eine gute 0,5 von 10. 0,5? Ich kann das alles nicht. Ich hab hier sogar an Inneneinrichtungen gedacht. Ich hab sogar unseren Ofen geklaut, damit ich den hier bläst. Das ist fast so schlimm ein Diablog. Na, Ben, du kannst den Ofen jetzt nicht mit dem Diablog... Aber den Ofen kann man benutzen, wenigstens. Ja, aber den Ofen kannst du auch jederzeit neu craften. Du hast das... Das hast du ja nicht gemacht, hast geklaut. Was? Und wir haben hier natürlich die Herzchen, Benjamin. Weißt du? Das ist cool, ja. Das ist ganz wild. Und die Leute in den Kommentaren... Ich nehm dir einen mit. Nein! Ja, ich hab eh genug. Komm. Kommt jetzt in meine Flasche. Nicht, zieh bei Edina ein. Die ist schöner. Yippie! Kannst du da gerne einbauen? Ich baue dir ein Fenster jetzt hier. Ich schlage die Fenster jetzt ein. Ja. Guck mal, wie geil, Alter. Wie stark denn? Cool. Sieht das wirklich cool aus? Mann, das sieht wirklich cool aus. Auch ein Mensch. Anders gebrochen. Ich hab so richtige Bruchbude da drüben. Wirklich. Aber die Leute in den Kommentaren können jetzt entscheiden, wer gewonnen hat, Leute. Ich bin gespannt. Das wird bestimmt knapp. Junge, der ist einfach aus der Welt gefallen. Hast du was Wichtiges dabei gehabt? Ja, den Diablog. Den Diablog. Wie konnte... Haben wir überhaupt... Können wir den überhaupt abbauen? Nö. Warte mal. Wir können den nicht abbauen. Wir haben ja beide Eisenspitze verlornt. Die hat sich schon wieder eine gecraftet. Oh Gott sei Dank. Wir haben wirklich 19 Dias oder so beigetragen. Dias, ja. Ich hab auch zwei Liter Dias. Elina behalte die Spitzhacke auch lieber. Ich hab auch Angels Debris. Ich hab sehr viel Eisen beigetragen. Hier. Debray. Wir machen auch mal eine Erzkiste. Antike Kotzerei. Dicke. Okay, Holz wichtig. Warte mal, haben wir Samplings? Ja, ich hab eine Meile bei der Flasche. Ah, perfekt. Chillig Bro. Wir haben hier sogar noch ein Ding. Es kann ja nicht sein, dass wir Holzprobleme haben. Das ist ja Quatsch. Kriege ich auch eine Anbindung hier. Kriege ich auch eine Anbindung? Ja, ja, klar. Die A3-Wetter. Elina Straßenbauer will machen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Erzkiste. Die klatschen wir einmal. Hier. Zack, 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 zack. Ey, ich hab auch Diamanten. Das kann noch hier drin sein. Den Rest können wir hier drin behalten, denke ich. Nachpflanzen, wichtig. Die Tiere sind so scheu, Elina. Das kannst du dir nicht vorstellen. Guck dir mal das an. Die chillen nur in ihren Ecken. Die trauen sich gar nicht auf das Glas. Viele Tiere, die da schon verloren haben. So ein Dreck. Es regnet. Im echten Leben. Im echten Leben? Du siehst das? Nee, ich hör's. Ich seh's nicht. Ich wollt grad sagen. Was ist da los? Muss ja runtergucken. Ich hab den Vorhang zu den Wolken. Hast du grad einen Sodastream benutzt, oder was? Nee, ich hab ja keinen Rumstimmen, so wie ihr. Oder ja, NPCs. Umstehen? Nur weil wir Leitungswasser gerne trinken. Ich trink auch Leitungswasser jeden Tag. Ich trink kein Leitungswasser. Boah, ich mach das hier gerade. Das ist nicht schön. Ja, ich seh's schon. Elina ist hier ein mieser Tapper formt. Der ist anders rausgetappt. Ich hab ihr das schon gedacht. Das wusste ich irgendwo von. Naja, wusste ich auch schon, als du hier anders am Reingucken warst. Okay, wir können Abmord machen. Dann machen wir doch keine Abmord. Wir spielen beide. Bleib einfach. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gabo! Ein Like gleich ein Zentimeter Nasewachstum von Gab. Oh, nee. Was? Was? Ein Zentimeter? Junge! Dann hab ich eine 38.000 D-Nase. 38.000? Ui, ui, ui. Das ist aber hohe Forderung hier. Nein, Spaß. 1.000 D-Nase wäre super, Leute. Minecraft-Flasche in der Flasche, verstehst du? Benjamin! Dann stehen P-V-P-Duell. Mach dich mit Hand. Okay. Oh, da war ein kleiner Crit. Oh, da war noch ein Crit dabei. Sogar ein Double-Crit war dabei. Oh, das sieht gerade sehr angemessen aus. Okay, jetzt ist es spannend. Wer hatte mehr Herzen? Also, wer hat später reingestartet? Oh, nein! Obwohl ich vorher schon Schaden hatte. Ich hatte auch vorher Schaden. Wie viele Herzen hatte ich, sei ehrlich. Oh je, wie ne. Sei ehrlich. Das ist niemals erfahren, Gambo. Ach, du Grüne. Ich gucke einfach in der Aufnahme. Kannst du einfach Tab drücken, da siehst du es auch. Stimmt. Was? Junge, er hat ein halbes Herz gehabt. Wow, ist das krass. Ja, ich bin unter Druck halt da, Gambo. Deswegen hab ich auch Titan War Robots gewonnen. Titan War Robots. Hey, Mugi, wo bist du? Gambo, ich werde heute Lucien probieren. Lucien? Ne Haut-Luschen. Hahaha. Oh Mann, kann nicht mehr. Weil ich so witzig bin. Ja, ich muss ja auch noch Shaken heute. Nein, Shakes und Fitchen. Ich muss noch Spitzes für Naschen. Ben, willst du dich beteiligen? Nö. Aber vielleicht echt nicht. Er weiß das halt auch einfach ernst. Mit Ben und Elina, Leute. Guck mal, Leute, ich hab Hunger. Ich esse jetzt einfach unseren einzigen Goldapfel. Nein. Der hat das wirklich gemacht. Jetzt brauch ich den Diablock mit meiner Hand ab. Nein, nein, der hat das aus der Hand gelegt. Safe, safe, safe. Die Essensanimation war zu kurz. Nein, der hat die Effekte. Ich hab doch den Effekt, Gambo, bist du doof. Oh nein, ich hab die Partikel ausgemacht. Oh. Ich wollte ihn grad umlegen, um mir noch den Apfel zu zeigen. Jo, hallo. Schade. Was ist denn der heutige Plan? Elina wird's direkt ihr Diablock wieder sichern. Boah, das ist aber auch wichtig. Das ist mir eben auch schon aufgefallen. Wir haben heute zwei Flaschen, die wir unbedingt abchecken müssen. Einmal Elina und dein Waldfeld. Leute, wichtig, wir brauchen Fackeln, damit wir unsere Essensfarm ausleuchten können. Weil das war wirklich krank beim letzten Mal. Ja, dann müssen wir hier ein bisschen graben. Ich hab Kohle. Elina hat das, glaube ich, schon gefarmt. Ja, okay. Aber wir haben kein Holz. Wir haben, also ich sehe hier, ich hab eben mal ein bisschen rumgeguckt, als ich auf euch gewartet hab. Und mir ist aufgefallen, erstens, dass ich wieder kein Essen habe. Und zweitens, hier ist ein Dorf in der Nähe. Wir können da hinten zu einem Dorf und da ist auch ein Eisengolem und so. Da können wir, denke ich, ein paar Sachen zu machen. Können wir noch traden, solange es noch geht. Bald ist es kaputt. Alles ist Schrott. Ben, deine Flasche ist wirklich kacke, ne? Du hast hier nur Blumen und Wasser drin, ne? Das Einzige, was nice war, war... Hier ist ein Feivi! Hä, wo ist Muggi? Feivi! Muggi. Geblo? Das ist ein Fuchs, Ben. So. Muggi ist da ein halber Meter, Alter. Muggi liegt hier gerade auf meinem Tisch und tutzt sich. Hab Essen. Was Gambo auch vernachlässigt. Benjamin, das nimmst du zurück. Nö. Ich war gerade kalt duschen. Das hat richtig gut getan. Boah, ich muss sagen, kalt duschen fühle ich nicht so. Auch im Sommer. Ich fühl's... Oh mein Gott. Ich fühl's so krass. Ich mach das jetzt seit, ich denke, drei Monaten stetig. Und ich muss ehrlich sagen, das ist super. Das war aber klug, dass wir es aus Glas gebaut haben. Auf Glas können keine Mobs bauen. Das war auch meine Intention dahinter. Never. Außerdem hab ich das größte Beiz gemacht. Nein, das stimmt nicht. Haben wir was zum Vermehren. Hier haben wir Weizen. Ja, ich bin hier gerade schon dabei. Wir haben hier Weizen und Samen. Haben wir Hühner? Nee, wir haben Schafe, Schweine, Kühe. Ja, okay. Dann bringe ich jetzt mal Weizen vorbei. In der Hoffnung, dass ich nicht wieder mit dem gesamten Weizen sterbe. Ich dürfte jetzt nix bohren. Nur auf den Flaschen könnte was bohren. Auf dem Holz. Und auf der Erde, oder? Nee, da hab ich ja ausgeräumt. Außer auf dem Holz könnte aber was kommen. Ich muss die Partikel wieder anmachen. Ich seh die Herzen gar nicht. Hä? Der will nicht. Hab Eisen, Jungs. Ich bin keine Kuh. Ja, vielleicht aber auch doch. Mann, es wird dunkel, Benjamin. Es ist alles dunkel hier. Lass schlafen. Es regnet. Warte mal, haben wir eine Schere? Wir brauchen Scheren. Nein, ich bin ... Gampo ist runtergefallen. Gampo ist runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Hast du aber den Diablog dabei? Ja. Ich hatte ... Lina hat Insid geguckt. Ich hatte ... Ich hatte ... Ich hatte sieben Wolle bei mir. Offensive. Sada. Nice, du bist also hingegangen, hast die Wolle gefarmt mit einer Schere, mit Eisen, was Lina gefarmt hat, bist dann zurück und hast alles verloren. Ja, ich bin nicht mal zurückgekommen. Das Nice ist nämlich, dass du, du hast doch dich gerade eben damit gebrüstet, dass du den Boden da gemacht hast. Da sind zwei Löcher, Benjamin. Nee, ich habe nicht den Boden gemacht. Ach so, doch, habe ich. Doch, hast du. Und da sind ... Da sind aber dauernd neue Löcher. Das war beim letzten Mal schon so. Das stimmt nicht. Doch. Geh doch nachgucken. Ja, es wird ... Ich sage ja, dass da welche da sind, aber ich sage, dass du die einfach abbaust. Benjamin, warum sollte ich random im Boden rumlöchern? Nee, fehlt außerdem nix. Doch, hier irgendwo, hier, da, wo die meisten Kühe gerade sind. Ja, vielleicht, da, wo man es nicht sieht. Ich gehe jetzt schlafen. Hier irgendwo, warte? Hä? Hier fehlt halt echt nix. Doch, doch, und du hast es dann gerade geplaced. Nee, nee, ohne Witz habe ich nicht. Ja, der hat ... ich bin gefallen. Ey, wo denn? Mach das mal zu. Ah, da, ja, 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 jetzt sehe ich es. Einer fehlt. Und genau da laufe ich natürlich drüber. Das ist aber auch random. Das ist wirklich ein Block gewesen. Da hast du es dann auch verdient. Benjamin! Ich ziehe jetzt bei dir ein. Deine Flasche ist schöner als meine. Meine ist auch schöner. Zum Meiner kommt man nicht mal. Das Einzige, was ich in meiner hatte, hat die Lina mir weggenommen. Okay, das hat auch Lina gehört. Du hast auch wirklich alles auf diesen DIA-Block gesetzt. Ja, ich habe den so klammheimlich gemacht. geklaut. Ja, wie denn, Lina? Ich habe kein Bett. Und Gambo hat alle Wolle weggeschossen. Wir haben alle Wolle verspielt. Ja, was machen wir denn jetzt? Warte, Gambo geht schlafen und wir quitten. Haben wir ein Bett? Nein, das ist ja ein Server. Eins haben wir. Ich habe mich in Lina's Bett gelegt. Ben, Laufstelle, da müssen wir nicht mehr ... Es ist wieder Tag, Freunde. Können wir wieder zusammenspielen? Okay, Ben ist da. Doch, Mann. Ich sag das nicht. Okay, doch, ich Ehre. Mann, irgendwie ... Ich habe kein Holz, wir haben keinen Stein. Es ist voll kacke. Ich verstehe ... Ich verstehe auch nicht, was du die ganze Zeit machst. Nichts, ich mache nichts. Ihr hängt da die ganze Zeit in der Mitte und denkt, da kommen die Batschere. Ich habe in der ganzen Zeit vier Fackeln platziert. Ich habe unsere gesamte Wolle verloren. Ich habe gefasst, ich habe Eisen gefasst, ich habe 19 Eisen gefasst. Ich habe nichts gemacht. Okay, warte, ich hole jetzt erst mal Steintools ran. Das ist ja jetzt mal auch wichtig. Wir haben doch schon Eisen gehabt. Haben wir? Nee, also ganz wenig. Ja, das war wirklich ... Und ich will nicht instant alles raushauen. Ich werde schon ... Ja, lass doch ... Okay, warte. Elina und ich, wir gehen jetzt eine Stunde. Wenn wir wiederkommen, hat Gambo so eine Farming-Hall gebaut mit 20 Villagern. Okay, pass. Wir gehen kurz Eis essen. Deal. Und dann trade ich mir einfach alles, ey. Kriege ich einen Himmelblau? Könnt ihr mir ein Eis mitkriegen? Himmelblau ist auch meine Lieblingssorte gewesen, als ich fünf war. Ben, ja. Oh! Destroy! Was ist eure Lieblingssorte, Leute? Da knallt ihr in die Kommentare. Weil ich gar nicht weiß, was Himmelblau überhaupt ist. Das ist Wolken, Ben. Das ist das, was du im Wohnzimmer hast. Frage, Elina. Ja. Die haben mich ausgelacht, aber das ist gar nicht so eine dumme Frage. Ich habe mich ausgelacht. Du kennst doch auf TikTok solche Wolkenkratzer, wo die Fenster über den Wolken sind. Und die machen dann die Fenster auf und zeigen die Wolken von oben. Ja. So, jetzt kann es ja da nicht regnen, logischerweise. Weil es regnet ja unter denen. Ja. So. Die können auch ihre Fenster nicht aufmachen, weil es die wahrscheinlich dann aus der Wohnung pustet. Aber wir ignorieren mal diesen Fakt. Aber es muss ja eine Etage geben, die dann genau auf Wolkenhöhe ist. Okay? Ja. So, wenn die jetzt ihr Fenster aufmachen würden, würde ja die Wolke, wenn die Windrichtung stimmt, in die Wohnung reingehen. Und kann es dann in der Wohnung regnen? Das müsste ja so sein. Nee, was ist denn mit Nebel? Digga, das war... Fabi war komplett verloren, Alter. Junge, der kommt mir an mit Nebel. Also nur als Kontext. Fabi hat dann gesagt, dass das Quatsch ist. Wenn man durch den Nebel fährt, regnet es ja auch nicht. Ja, drei Fragezeichen. Ich habe es auch nicht verstanden, Digga. Vier Fragezeichen auch wieder bei dem Jungen. Ey, wir haben elf Eisende, Elina. Cool. Stark. Ich mache mir eine Eisenspitzhacke. Nö, aus der Kiste. Okay, stark. Aber ich habe nur eine Spitzhacke gemacht. Ich habe Steintools gemacht. Alle. Selbst eine Schaufel. Warum ist eigentlich in Gambos Projekt Gambo am wenigsten produktiv? Das stimmt überhaupt nicht. Ihhh. Ja! Egal. Zwei bekommen. Alle auf einmal droppen müssen. Weißt du, wie viel ich bekommen habe, Ben? Na, mehr wahrscheinlich. Fünf. Wie in Mathe. Ich mache jetzt das krasseste, Leute. Boah, ich habe so ein heftiges Mathe-Tiktok-Rätsel heute gelöst. Deswegen sind wir auch zu spät gekommen. Echt? Ja, ich musste das lösen. Das war mir ein Bedürfnis. Ey, lass mal hier eine XP-Farm bauen. XP-Farm? Ne, lass jetzt mal zu den nächsten Flaschen. Wir sind so im Minus produktiv. Ich muss sagen, wir haben wirklich eine einzige Mission und wir schaffen es nicht darüber. Okay, wer von uns kann am besten bridgen? Ich fass bin... Elina fällt runter. Aber muss ich auch machen, ey. Warte mal, Elina, hattest du deine Rüstung an? Nein, ich habe die natürlich nicht gesteckt. Oh, wie sie das gedoubleteint hat. Ja, natürlich. Ich habe die natürlich nicht gesteckt. Ich hatte Hunger. Deswegen habe ich mich runtergeschüttet. Ich brauche mal Elina. Okay, okay, okay. Ich mache euch das Ding, Leute. Ich habe mich zu der nächsten Insel gegraben. Da habe ich auch... Ich kann auch schon direkt zur nächsten, weil da habe ich schon gestript mined. Oh, Elina, Alter. Digga, was? Wo ist die denn hier gelandet? Ey, du brauchst vielleicht mal eine Genehmigung, durch meine Flasche zu bauen? Benjamin, deine Flasche ist... Ich fast bridge mich zu der Pyramide. Ach, hier ist 5a. Ich sterbe. Ich sterbe? Warum sterbe ich hier? Leute, wenn ich es schaffe, mich full durch zu fast bridge, bis zu der Pyramide, dann kriege ich einen Tesla. Bogen mit verzaubertem Skelett. Einfach Skelett verzaubert. Au, au, au. Habt eine neue Kiste. Smaragde, Leute. Smaragde? Smaragde? Daraus können wir schöne Brücken machen. Warte mal, mit den Smaragden können wir mit den Villagerm traden. Die sind da drüben. Ich habe das richtig drauf in den fast bridge inzwischen. Guck, ich habe komplett durchgefasstbritzt. Das ist kein fast bridge. Natürlich. Mach noch mal Zeit. Mach du jetzt. Ich kann das. Ja, mach. Jetzt fängt er wieder an mit seinem komischen Spam und sagt, das macht man nicht, wenn du auch so. Warte, hier, nimm kurz meine Sachen, weil ich will die nicht wieder verlieren. Der Rest ist eh nur Holz. Ist ready? Ja. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Er hat es wirklich zwei Blöcke geschafft. Du musst der zweite Mal sogar oben drauf. Warte, jetzt einmal mit Full Equip traue ich mich nicht. Spaß, ich traue mich drauf. Ja, siehst du das, Selina, wie confident ich bin. Ja, aber ich muss hier eine Sicherung. Alter, ich habe das so krass drauf. Jetzt mal ohne Witz. Wann hast du das denn gelernt? Nein, das habe ich von selbst gelernt. Ich habe es nicht geübt oder so. Das ist einfach gekommen. Nee, ohne Witz. Das kam irgendwann. Sehr oft gemacht. Das war ja schon Übung. Ja, am Anfang haben wir es schon. Übt ihr in euren Aufnahmen immer Fastbridgen oder was, ihr Trials? Nee, eigentlich mache ich das immer noch das Joke und fall dann runter. Aber irgendwann habe ich es dann gelernt. Lass schnell looten, bevor Klauheiz Gambo kommt. Was? Ja, ich sehe das, Selina. Ich regle das für dich. Ich bin tot. Alter, der Enderman hat mich gewoneshottet. Was ist das denn? Wo bist denn du gelandet? Der Pyramat. Nee, warte mal. Äh. 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 Wo geht's dir gut? Ich hab Stress. Ich esse erst mal 20 Süßbären um drei Herzen. Süßbären ist so eine sinnlose Nahrung, wirklich. Ich hab einen Schwamm gefunden. Habt ihr meins Schrägstrich Gambo's Zeug? Ja, ich hab's unten aufgesammelt. Ey, was ist denn da links von uns? Das ist so eine Minenhöhle irgendwie. Ich muss hier erst mal klarkommen. Warum sind hier so viele Mops? Ich kann das auch nicht fassen. Leute, dann kriege ich meine Eisenspitzhacke. Um mein Glas. Alter, warum sind hier 200 Federmäuse? Schmaragde. Sattel. Eisen, meine. Gold. Schmaragde. OP-Goldapfel. Was? Glück drei. Nein, Ben, den frisst du diesmal nicht. Hör auf. Hör auf. Benjamin. Ich gritt dich. Oh, das war's. Ah doch, hey, die ist doch gar nicht begutet hier. Habt ihr noch ein paar Bären für mich? Nee, null tatsächlich. Ach, Mann. Lina, du hast Glück drei nicht mitgenommen, hä? Ja, ich mag verzaubern, ne. Ja, aber Glück drei ist überkrank. Ja, egal. Ich hab auch so Spaß im Leben. Okay, cool. Das war so Glück. Stark, Lina. Ich wollte eine Gemeinschafts-Tritte machen. Und ich nicht. Das war der erste Fehler. Ich auch nicht. Jetzt wollen wir es. Ey, wir brauchen jetzt dringend einen Amboss. Das ist jetzt big, weil dann können wir Glück drei machen auf die Eisenspitzhacke oder Diaspitzhacke. Das ist eigentlich egal. Wir können auch eine Diaspitzhacke machen, oder? Haben wir drei Diaspitzhacke oder zwei? Nee, wir haben Diaspitzhacke sogar. Oh ja, dann lass Diaspitzhacke machen mit Glück drei. Aber dann brauchen wir einen Amboss. Und wir haben definitiv nicht das Eisen. Nicht mal Ansatzweise. Okay. Achso, du hast da gewartet. Ich dachte, du willst da weiterbauen. Wir brauchen noch 16 oder 17 Eisen oder so. Da springen ja die Fiveys aus. 16, 17 Eisen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in dem Dorf safe unser Eisen bekommen. Das ist hinter... Au, au, au. Das ist hinter Elinas... Ich hab Glück, die Diaspitzhacke da in die Kiste getan. Ich hab 13 Eisen. Das reicht, glaube ich, nicht ganz. Wir müssen hinter Elinas Flasche. Da ist ein, da ist ein, da ist ein Dorf. Ja, uns fehlen drei Eisen. Da ist ein Eisen, Golem. Oh ja, das reicht. Das reicht easy. Der halt droppt... Na gut, können doch zwei. Elina, hast du eine Hintertür? Nein. Ich hab mich extra bei Ben lang gebaut, weil ich es nicht so hässlich haben wollte. Junge! Mann, ich bau das jetzt auch zu. Ich verlange jetzt auch Wegzoll. Wegzoll. Der Mann versucht aus allem ein Business zu machen. Ein Stein, Elinas. Kommst du nicht durch. Oder irgendwas anderes. Ich nehm alles. Ey, Elina schlägt mich gleich tot. Du nimmst Schläge. Und dafür wohne ich jetzt bei Elina. Ich bin jetzt ein Mietnomade. Nein. Doch, ich nomaniere jetzt hier. Kann man das da aufmachen? Elina, kriege ich hier eine Tür noch rein? Oh, mach mal. Geh mal weg mit deiner Tür. Bau das außenrum hier. Och Mann. Ja, okay. Ich spreng jetzt den TNT in die Gambusflasche. Nein, Ben, das ist meine Lieblingsflasche. Da sind Herzen drin. Da sind auch ein paar geklause Sachen drin. Aber darüber reden wir nicht. Ja, Leute, Eisen hier. Also ich kann ja auch nicht alles machen. Ich hab eigentlich nichts gemacht. Hallo, ich hab dir das ganze Eisen gegeben. Ich hab das Glücksbuch genommen. Ich gucke, dass hier die Brücke gut gebaut wird. Ich hab hier alles im Blick. Alter, hier muss doch noch Eisen sein bei unserer Insel, oder? Nee, ihr wollt ja den Eisengolem fertig machen. Macht ihr den gerade fertig? Wir sind fast da. Nee, ihr baut. Fast Bridge? Kannst du? Nee, ich kann gleich nicht mehr sprinten. Ja, schade. Wir spielen das einfach in, wie nennt man das? In Schnell-Up. Jetzt, wo ich das nicht mehr so mache, sieht das richtig sch*** aus. Tue Leid, Gabo. Was? Ey, das sind drei Eisengolems. Junge, das ist ne richtige Überstadt. Rein, Jungs und Mädels. Hey, hier sind voll die Sachen. Essen. Ich hab hier nen Schmiedetisch. Ich weiß, ob das irgendwas wert wär. Doch, für meinen Netherite Equip. Hier ist ein Buch. Alter, Buch. Warte mal, Ben, wie viel Eisen brauchten wir? Drei. Ich hab fünf im Inventar. Gut, haben wir halt mehr. Wie hält denn der aus, wenn man da mit einer Spitzhacke draufhaut? Brauchen wir Papier? Nee, das sind Karten. Das sind leere Karten. Gott, was ist denn hier für ne Massenversammlung? Ey, warte, ein Bett. Ich hab ein Bett jetzt. Boah, hier sind zehn Villager in diesem Haus. Was passiert dir? Stimmt, lass die Betten mitnehmen. Aber auch ein Bett. Elina, hast du die Smaragde von eben? Ja, siehst du. Haben die überhaupt Jobs? Nee, alle arbeitslos. Arbeitet ihr? Junge, was ist das denn? Die arbeiten im gesamten Dorf nicht. Der gibt uns jetzt keine Rabatten mehr. Rabatten. Der gibt uns gar nichts mehr. Der holt jetzt hier rum in der Ecke. Geier. Benjamin, du hast die gesamte erste Reihe für dich. So, jetzt haben wir Essen, jetzt haben wir Eisen. Wir haben Villager, die alle keinen Job haben. So, wir wollten jetzt, was wollten wir machen? Ein Amboss, oder? Yes. Hast du das gesamte Eisen, Ben? Oder ist das bei uns noch in der Base? Das ist in der Base. Dann rüber, oder? Wir sind schon da. Ach so. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Ich auch nicht. Hier. Hier, Gambo. Wo, 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 wo? Hier drüben. Welcher ist drüben? Hier. Hier drüben bei den Bäumen. Hier drüben bei den Bäumen. Hier. Hier. Danke, Elina, wie du stark geschrieben hast. Für meinen gelösten Mathe-Rätsel. So, jetzt hat jeder ein Bett. Ein Amboss. Warte, Ben, ich habe noch fünf Eisen. Ach du mal ein Amboss. Ich gehe kurz mein Bett ausrüsten. Und dann würde ich sagen, dass wir mal eine Runde schlafen. Weil ich habe Angst im Dunkeln. Eine Runde sleepen. Ich habe zwei Wolle, aber das bringt uns nichts, oder? Hast du ein Bett? Ich habe ein Bett. Ich habe ein Bett. Ja, dann ab in die Heier. Warte, ich habe auch ein Bett. Ich gehe meine Flasche, wo jetzt absolut Durchzug ist. Danke, Elina. Ich dachte, du dich so rageltest. Mach den Weg jetzt auch zu. Da ist jetzt kein Weg mehr. Benja, ein Stein hast du gesagt. Den mit Bedrock zugebaut. Bedrock. Ja, Gambo, ist deine Aufnahme. Machst du jetzt mal das Glück da drauf hier. Ich habe doch keinen Amboss. Es ist alles in der Kiste. Wo? Ach da. Ich dachte, du hast es schon gecraftet. So, jetzt haben wir... Was ist das denn, Jo? Eins, zwei, drei, vier, bumm. Warte. Ben, du musst dich kurz hier hinstellen. Nee, auf gar keinen Fall. Du, ganz kurz. Let's go, jetzt. Ich bin gecraftet. Bangs approved, Alter. TÜV-Bangs. Eins, zwei, drei. So. Wer hat das Buch? Bist du in der Kiste. Habt du ein Laberbisschen. Warte mal, warum sind hier so viele verzauberte Bieschen? Ich habe Eisen nochmal gefunden. Ach so, das sind diese Readmeet-Dinger. Wir brauchen Holz. Jetzt sind okay Gold dafür. Benjamin. Der macht das wirklich. Hat sie schon wieder gegessen? Ja, der hat es gegessen. Ich habe es nicht gegessen, Mario. Ich bringe den gleich um. Jetzt rennt der wieder hier hin, holt sich die Dia-Spitze. Zack, ich habe noch nie jemanden so langsam. Glück drei da drauf. Benjamin, ich wusste doch das Ding craften. Zack. Jetzt. Warte mal. Ich habe nicht genug Level. Oh, stimmt. Oh, wie viel Level? Elina, wie viel Level hast du? Drei. Drei? Weiß ich das? Okay, dann muss Elina weitermachen. Du musst zum Mob-Spawner hier oben, Elina. Komm zum Mob-Spawner. Nee, macht ihr das mal. Ja, okay, dann machen wir das. Ja, ja. Muss man immer auspauen. Die Dinger machen uns anders weg, oder? Sind das Giftspinnen oder normale? Normale. Dann hast du ein Schwert? Nö. Ich kann die nicht kehren. Ich habe nur die Spitzhacke. Leute. Die sind unsichtbar. Der ist unsichtbar. Wir haben eine Kartoffelfarm. Die eine hat Stärke einfach. Junge, deswegen hat die auch so viel Schaden gemacht. Äh, was? Wir haben eine Kartoffelfarm. Wo hast du denn Kartoffeln? Ich habe nur Karotten gesehen. Ich habe die gefunden. Ich habe auch Karotten. Da könnte man das noch vergrößern. Karotten hast du auch. Ich habe das Falsche groß gemacht. Nein. Ganze vollgemarscht. Mann, hier sind unsichtbar. Habt ihr schon mal unsichtbare Spinnen gesehen? Ich sehe nur die Augen. Weil die unsichtbarkeit haben. Ich glaube, die spawnen mit Effekten durch den. Das ist so ein Special-Spawner. Weil die eine hat auch Stärke. Die hat mir andere Bugpfeife gegeben. Ich muss kurz regenerieren. Ich habe drei Level. Drei Level fehlen uns noch. Aber ich regeneriere nicht. Was ist denn das hier? Was ist das denn? Boah, das hat sich schlabberig angehört, Alter. Ich habe auch alles locker gelassen. Einfach reingekackt. Komm schon zwei Level noch. Das kann ich so schwer sein. Boah, hier haben wir es mit Interviewen. Digga, das sieht aus, als ob du gerade eine Kippe in der Hand hättest. Also rauchen hast du ja jetzt wohl nicht unbedingt. Und es ist ja egal. Das Leben ist ja viel zu kurz. Ich kenne Oma Ingeborg. Die raucht seit 40 Jahren. Und da ist nichts passiert. Die Lungenkrebs ist eine Erfindung von Bill Gates. Pass auf, man lebt nur einmal, wa? Stirb. 100 Tage Meinschaft. Gambo macht Glück drei. Benjamin, ich brauche doch Level dafür. Machen wir ein 100 Tage Bottle-Video draus. Die hält dir schon noch mit der Glück drei Sperry mit. Denke, es wäre nicht unmöglich, sich in der Zeit einen Villager mit Glück drei zu machen, das zu traden und das auf die Spezialversion. Es ist nicht ausgeschlossen an sich beide. Weil du ja auch die Level durchs Traden schon bekommst. Natürlich geht das. Tölich. Und möglich ist das nicht. Tölich. 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 Sicher tölich, tölich. Alles klar. Kennst du den Song? Na, sicher. Den wollte ich auch absingen. Ja, geil. Lass mir eine Boy-Band aufmachen mit mir. Eine Boy-Girl-Band. Eine Band dann einfach. Eine Band. Boah, ich kann das gar nicht. Ich muss sagen, wie kotzen. Als ob du das nicht kannst. Ich kann das schon, aber es ist übel unangenehm. Mach mal. Nee. Jeder macht den einen Minecraft-Mob. Als Zaun. Ja. Oh, stark, stark. Okay, stark. Elina. Hast du richtig das Gaff des Mob ausgesucht, Lüge, Alter. Elina, du kannst Dings voll gut. Hier diese Kisten Schalker. Nein, Schalker kannst du voll gut. Schalker-Kisten? Doch. Den kann ich gut. Mach mal. Guck mal. Nee. Ja, war absolut. Nein, jetzt zahre ich mich nicht. Jetzt bin ich schüchtern. So, macht's übelgut. Nee, das kann ich nicht. Einfach machen, Elina. Du bist noch mal 8. Hä, übelgut. Leute, wir haben's jetzt. Die Diamantspitzhacke mit Effizienz 1. Geil. Yeah. Die können's euch wirklich. Nee, wir haben ja keine Verzauung. So, jetzt müssen wir Dias finden. Das sind die nächsten 50 Tage. Ich weiß, wo wir Dias finden, Leute. Und das ist eine absolute Special Bottle. Wir müssen aber dafür in eine andere Richtung. Kommt mal mit. Oh, war's crutch. Aber die diese ganz offensichtliche da hinten. Achso, nee. Obwohl, das könnte es auch sein. Nee, ich meine, die da oben da hinten. Oben da hinten? Ja. Kannst du da reinzoomen? Ich seh da keine Dias. Warte mal. Achso, wenn du schon Dias siehst, dann lass zu dir. Lass zu dir. Ich wollte eigentlich, weil da hab ich nämlich schon mal ein bisschen rüber geluschert, zum riesen Eidensieg-Bottle. Schaut mal da drüben. Das hab ich auch gerade gesehen. Seht ihr das? Ja. Lass da mal rüber gehen. Dann machen wir ein kleines Spiel draus. Und im Nachhinein können wir noch ein paar Dias mitnehmen, wenn's gut läuft. Pass auf, Ben, die Schweine. Die Schweine. Ja, Ben hat das letztes Mal auch schon gejoked. Dadurch sind die ganzen Mobs rausgeflogen. Wir haben einen Schwamm. Elida! Entschuldigung, ich hab die Glück-3-Hacke dabei, ne? Ich hab jetzt nicht genug Bloggers, Alter. Ich hab noch einen Stack. Junge! Elida! Ich seh da nichts, lass das mal. Stark, stark! Ja, Mann! Da wollte ich zu viel. Man kann's halt doch immer schneller machen. Junge, aber du hast es schon schnell gemacht. Das muss schon zugehen. Ja, ja, ich hab's versucht. Aber grad wollte ich Max-Speed machen, aber da wollte ich zu viel. Da wolltest du auch zu viel. Ja, da wollte ich zu viel. Ich wollte gerade sagen, dass ich mir kann das. Junge, so eine Riesenflasche mit so einem Verschluss. Das sieht richtig dumm aus. Aber jetzt geht's zur Hide-and-Seek-Flasche, Leute. Warte mal, ich hab mal ne Eisenspitzsacke grad verloren. Nein. Okay, wir haben eh jetzt ne Dia-Spitzsacke. Ist auch alles Wumpe. Wie lange brauchen wir noch? Nicht mehr so lange. Elina, Fastbridge. Elina, wir müssen aber ein bisschen nach links, weil die Bottle hat da vorne nen Break. Wir müssen da rein. Ach, ne. Ich denk sonst. Doch. Das reicht jetzt hier nicht mehr. Jetzt hab ich nicht mehr genügend Blöcke. Ich hab noch nen Stack. Das reicht nicht. Ben, bridge mal. Kannst du auch Treppen bridgen? Na, das ist ja viel Leid. Oh, ne, weiß ich nicht, dass wir wieder. Ja, mach mal. Oh, Ben, Junge, was mit dir? Stark, stark, stark. Guck mal, wenn ihr springt, was dann passiert mit dem Himmel. Also, vielleicht... Ja, ja, wir sind genau an der Kette irgendwie an der... An der Kette? Bei mir passiert da gar nichts. Mein selber Kettenraurer. Boah, ich weiß gar nicht, warum ich das so krass kann plötzlich. Ich denk, ich hab das irgendwie in Schlaf gelernt. Ich bin so ein Schlaflärmer. Das ist ja auch weit in der krasseste... Starkes Ding. So, Leute, wir sind... Warte, 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 nicht zu weit reinrennen, Benjamin. Leckt ab nochmal. Das hat grad geleckt, oder? Ja, übel sogar. Aber geht's jetzt wieder? Warte. Ja. Ja, geht wieder. So, Leute, wir sind jetzt in der Hide and Seek-Bottle. Das heißt für uns, wir spielen Hide and Seek. Krank, krank. Aber das Gute ist, ich hab mir sagen lassen, ich hab da einen kleinen Tipp bekommen, dass die gesamte Bottle so einen auf... so Meme trakt und... Wie nennt man das? Höhlen, genau. Ist ein Höhlen-Trakt, Leute. Das heißt, wir dürfen uns hier jetzt verstecken. Es sind ein paar Secrets eingebaut. Aber wenn wir mit dem Hide and Seek durch sind, dürfen wir alle Rohstoffe, die hier drin sind, auch behalten. Und das ist nicht zu wenig, denke ich. Ich würd' sagen, Ben sucht als erstes. Okay, ich suche ihr am liebsten. Okay. Und man darf nix abbauen, also während man spielt. Oh, Dias. Oh nein, da geh ich nicht runter. Da hab ich Angst. Ey, hier sind wirklich Dias. Oh, noch nicht abbauen. Man muss gesneakt bleiben, Melina. Okay. Wenn Ben einem zu nahe... Junge, hier sind übel viele Dias, hä? Wenn Ben mir zu nahe kommt, dann bockse ich dich. Kann ich jetzt mal endlich? Oh mein Gott, nee, warte. Ich bin wieder bei dir rausgekommen. Krank wirklich. Ich bin ready, Bombetti. Oh, 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 oh. Iiii. Warte kurz. Ah, ist das widerlich. Oh, nee. Okay, ich bin ready. Let's go. Das Ding geht krachen. Also, da geht was absolut krachen, Gambo. Weil ich seh deinen Arb. Hä? Warum? Nein, nein, nein. Ich war gesneakt. Ich bin doch gesneakt. Das ist doch krass. Das ist doch krass. Ist das schlecht? Nein, wie schlecht? Ja, okay, komm. Dann such ich jetzt mit. Hä? Hey, hallo. Spaß. Ich guck zu. Melinas Namen seh ich nicht. Hä? Aber warum hast du meinen Namen gesehen? Ich war doch gesneakt. Warst du vielleicht auf so einer... Auf so einer halben Stufe? Ja. Ja, war ich. Dann warg das, glaube ich. Dann warg das. Och, Mann. Wie schlecht. Entschuldigung, Gambo. Ich hab's leider nicht gesehen. Aha, passt schon. Er checkt halt wirklich nicht die Außenwand. Ich krieg wirklich... Mich schleudert. Warum warst du da zuerst? Bitte? Was? Warst du da zuerst? Nee. Nee, von dir hab ich angefangen. Ja. Das ist mir eben auch passiert. Ich weiß halt selbst nicht, wo Lida ist, ne? Ist hier. Leute, es stimmt sogar. Hä? Wo ist sie jetzt? Wo ist sie? Oh, Mann. Was? Hier ist die Werkbank plötzlich gespawnt. Gibt es mich keiner. Beide gefunden, weil ich eine Maschine bin. Ja, okay. Da ich als erstes gefunden wurde, bin ich jetzt ran und ihr dürft nochmal verstecken. Der Gewinner, wenn irgendjemand gar nicht gefunden wurde, bekommt den OP-Goldapfel. Ja, ich bin da eh schon raus, Benjamin. Ich denke, du bist der Einzige, der noch die Schauen hat. Ready, Bobaddy? Der Motor. Ich will jetzt hier nicht viele verstecken, sag ich mal. Das ist ein bisschen tricky und auch ein bisschen limitiert. Die Flasche ist, denke ich, ein bisschen größer als die Arena an sich. Da unten ist noch ne... Warte mal. Ich bin ready. Ich geh los. Ah, ich weiß, wo er ihn ist. Ja, weiß ich eh nicht. Weiß ich auch nicht. Mann, hier ist so ein Spinnending. Mein Versteck ist gerade das total. Echt? Mhm. Der ist wahrscheinlich auf der Flasche. Mann, die haben hier wirklich so eine Riesenspinne hingebaut. Ich finde das so eklig. Das hier? Nee, schade. Da kann ich jetzt aber auch wieder raus hier. Nee. Es wäre so nice gewesen, wenn die Dina in demselben Versteck nochmal gewesen wäre. Kade. Das ist auch nix. Wie viel Zeit hast du denn? Äh, noch 80 Minuten. Nee, machen wir noch, ich denke, noch zwei Minuten. Ich denke, so Pi mal Daumen, Ruppe auf den Daumen geschätzt. Ich habe länger ausgehalten als du. Sag ich dir ehrlich. Dina ist rot gefunden. Okay. Elina, wo bist du? Ich bin rot. Oh Mann, ich komme immer wieder zum Eingang raus, dass das doch alles klappt. Ich weiß, dass das da hinten irgendwo runter geht. Warte mal. Hier muss es runter gehen und da müsste noch so ein... Ah, let's go. Ja, hier ist Elina. Ja, habe sie. Warst du nicht? Habe ich auch nicht. Ja, Elina, wo bist du? Ich finde die halt wirklich nicht. Ist das schlecht. Ben, weißt du, wo die ist? Nö. Kriegst du die ja von mir, wenn du sie verrätst? Ich weiß es nicht. Weiß ich echt nicht. Nee. Mann, Elina. Die gewinnt das halt wirklich. Ja, die Minute ist um. Elina, wo bist du? Unterwegs. Unterwegs? Ich bin schon wieder in unserer Bordel. Nein, Spaß. Hä? Die war einfach oben drauf. Ben guckt da immer noch hin. Wo bist du? Bist du immer noch versteckt? Ich bin versteckt. Nee, die Minute ist um. Du hast gewonnen. Ach so. Ja. Ja. Hier. Kommt mal zum Eingang. Nein. Oh, ich kann nicht mehr sprinten. Hat wer essen? Stopp. Ich bin hier in der Nähe. Oh mein Gott. Ja, ich sehe sogar dein Bein. Oh. Ich weiß nicht. Hat wer essen? Ja, hier war da. Ops. Super gemacht. Okay, jetzt muss Elina noch suchen. Mittagspause. Jetzt weiß ich aber, wo ich mich verstecke. Da wird sie niemals hinkommen. Never ever. Never ever. Never ever. Man, aber das mit dem Sneak Bug ist ja dumm. Also, muss ich dann einfach gesneakt halten? Bau doch einfach die Stufe ab. Ja, okay, okay. Bin ready. Ich auch. Okay, ich auch. Muss ich einen Timer starten? Äh, boah. Ja, mach mal grob geschätzt. So drei Minuten. Drei, vier Minuten. Okay, okay. Drei Minuten laufen ab. Jetzt. Let's go. Ich suche. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ihr beiden Süßen euch in einem Versteck versteckt habt. Aber irgendwie auch nicht. Hm? Sehr zu random. Okay. Wo sei da denn? Ja, man versteckt bin ich. Wo sei denn? Ich bin anders versteckt. Zeig mal her. Guck, guck. Hast du auch gerade Flashbacks bekommen? Guck, 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 guck. Juhu. Oh, hier, maybe? Nee. Hier, maybe. Ja. Hast du Ben gefunden? Wirklich? Hier, maybe? Nein. Komm, Ben, gib mal einen Tipp. Was? Keine Ahnung, wo der ist. Was? Ach, hier ist diese Riesenspinne. Sehe ich die überhaupt erst mal? Wie, wie ekelhaft. Wie ekelhaft. Oh, das könnte ein schwieriger Sprung sein, aber ich könnte mir nicht zutrauen, dass Cambo den geschafft hat. Ich habe die anders geschafft, alle Sprünge. Ich habe das Ding mitgebaut. Hier war keiner. Auch hier vielleicht. Oh, schade. Das war ein geiles Versteck. Ich habe noch eine Minute 36. Eieiei. Ich sehe das Ding kommen. Hier habe ich schon gesucht. Hier noch nicht, oder? War ich hier schon mal? Oh, ich glaube, ich war hier schon mal. Nein, 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 nein. Der trollt. Du verarschst mich. Elida, weg da! Du verarschst mich. Nee, er macht Reverse-Troll. Achso, ja, okay. Ich bin da wirklich. Ja. Ja, ist dieser Triple Reverse im Dreier. Boah, zum Glück hat die mich nicht gesehen. Mann, Gambo. Puh. Das kann eigentlich doch nur dieses eine da sein. Boah, war das knapp, ey. Es könnte halt wirklich die Spinne sein, aber dass du den Sprung geschafft hast, würde mich extrem wundern. No hate. Ja, passt. Ja, ja. Puh, zum Glück hat sie mich nicht gesehen, ey. Du Arschheimer, Alter. Junge. Hör auf zu lachen. Das ist so geil. Wer lacht? Du hast gerade einen Sneak. Nee, das war eine Fackel. Hä, aber du musst mich doch eigentlich sehen. Das ist doch Glas. Nein, die Zeit ist over. Die Zeit ist rum. Gambo, wo warst du? Geh mal noch mal den oberen Gang entlang, Elina. Ja. Da, wo du zur anderen Öffnung kommst. Ja. Ja, lauf durch. Ja. Noch ein Stück. Ja. Noch ein Stück. Nein. Hast du sogar gesehen, wie ich hier so ein bisschen geguckt habe? Drei Mal hier. Ja, und die stand da so, wie so ein NPC. Nein. Aber da das reingecheatet war, hat Elina gewonnen. Du kannst sagen, die Blöcke hast du platziert. Die habe ich platziert. Oha. Weil ich hatte nämlich dieselbe Idee, aber dann... Aber da kann man sich nirgends so hinstellen. Aber Elina war trotzdem so dreimal da, hat geguckt, aber hat mich nicht gesehen. Okay, Elina hat gewonnen und kriegt damit den OP-Goldapfel von Ben, den er unrechtmäßig gejoinkt hat. Hä, ich habe den aus der Kiste selbst genommen einfach. Gejoinkt hat. Joink. Joink. Nein, Ben. Wir müssen hier noch... Warte mal. Ich nehme noch ein paar Dias mit. Warte. Wo waren die denn? Weil ich habe Glück drei. Eins, zwei, drei. Hey. Was macht... Nein, baut bitte nicht die Blöcke ab. Ich kann nicht bridgen, Leute. Bitte. Mach nicht so mit mir. Ah, okay, die steht da noch. Let's go. Ist das schlecht wirklich? Nee, nee, ich riskiere da gar nichts. Boah, Junge. Ah. Es dreht sich nicht mal einer um. Das war nur ein bisschen langsam. Ben hat auch zwischendurch einen Block abgebaut. Ich habe das ganz genau gesehen, Ben. Du dreckiger. Das kann ich auch. Ich kann Seifenblasen fast bridgen. Wie die sich immer so dreckig um... Wenn ich A schreie, juckt's keinen. Aber wenn Ben ein Block abgebaut, dann drehen sich beide um. Seid ihr schlechte Freunde, wirklich. Oh mein Gott. Das gab mal so mäßig das einzige richtige Wertvolle, was wir haben, ey. Ja, so nämlich. Und daraus mache ich mir erst mal eine Brustplatte. Der hat wirklich nichts. Der hat das Eisen nicht gefarmt. Der hat die Dias-Spitzhacke, die Dias nicht gefarmt. Der hat Glück drei hat er nicht gefunden. Und der rennt jetzt hier rum mit einer Diabustplatte. Nein, nein. Elina bekommt die Diabustplatte, weil sie gewonnen hat. Yippee! Ja! Ich bin Zweiter und kriege Elinas Haus. Spaß. Du bist Zweiter? Weiß ich gar nicht. Oder teilen wir uns den Zweiten Platz? Wir teilen der Zweiter. Wir teilen der Zweiter. Komm, dann kriegst du auch hier. Bitte schön. Perfekt, wirklich danke. Cool. Irgendwann drück ich zu lang. Hör auf, hör auf. Nein, nein, bitte nicht. Enjavid, hör auf. Ich gebe dir auch einen Kuss. Oh nein. Leute! Was machen wir heute? Also wir hatten ja ursprünglich fünf Dias in der Kiste hier. Piscampo mich runtergeschlagert vor der Auftage. Ja? Das gar nicht mitbekommen, Elina. Was hast du... Das war ich gerade so lange. Die waren... Das sind halbfertige Kartoffeln gewesen. Boah, Kartoffeln sind nice. Haben wir Bone Meal? Bone Meal? Nö, aber wir haben doch einen Spawner. Jetzt haben wir einen Spinnen-Spawner. Wir haben ein Stack Bone... Spawns? Wo haben wir denn ein Stack Bones her? Also 53. Wir haben niemals so viele Skelette getötet. Ich habe keine Ahnung, wo wir Bones her haben. Bones, die Knochenjägerin. Das ist so eine geile Serie. Hast du die mal geguckt? Ja, Mann, echt? Ich bin immer Fan, Alter. Wirklich, so eine coole Serie. Ich habe gestern mit Desperate Housewives angefangen. Oh mein Gott. Habe ich aber auch geguckt vor 15 Jahren, wo das aktuell war. Da warst du auch schon 40. Und ich war 3. Und ich habe gedacht, ihr werdet nicht. Das kam ein bisschen Lichtartig beim Ansatz. Doch. Ich bin jetzt schon in so einem Alter, wo ich mir denke, ich wäre gern wieder 21. 21 ist das beste Alter. Elina, ich bin 21. 21 ist zu jung. Ich bin 21. Du bist nicht 21. Du bist auch nicht ansatzweise 21. Benjamin. Du bist 28. Lass meinen Haaransatz in Ruhe. Leute, es gibt heute einen Plan. Wollt ihr den auch erfahren? Sag ja, bitte. Mann, danke. Und zwar habe ich heute eine dicke, fette, fette, dicke, fette Challenge vorbereitet. Und zwar werden wir einen gewissen Herren hier herausfordern, Elina. Mich? Ja. Den Waro Titan Walls Gewinner. Ist das die richtige Reihenfolge? Waro Titan Walls, ja. Waro Titan Walls, perfekt. Benjamin, wir brauchen deine Bridging-Künste. Oh Gott. Aber ich war... Elina, bist du dumm? Hab gewonnen. Ich habe den Waro Titan Walls Gewinner getötet. Ich spawne bin Elinas Flasche. Nice. Ist jetzt mein Zuhause, Elina. Es ist einfach tot. Geh weg, du Obdachlose. Hä? Hier wohne ich. Hä? Ich wohne hier. Ich bin hier gespawnt. Das ist meine Wohnung. Ich will auch hier dazu. Ja, die hast du gerade vor mir, weil die mir den Rücken geschlagen hat. Während ich unser Beet vergrößert habe, weil das sonst hier keinen juckt. Hä? Ja, okay. Ich habe genug Essen. Elina, du hast gerade hä gesagt. Hast du gerade... Oh mein Gott, das nimmst du zurück. Was ist passiert? Ja, ich bin gerade ein bisschen aus meiner Haut gefangen. Elina hat meine Dia-Hacke. Ich habe deine Dia-Hacke. Ich habe deine Dia-Hacke. Ich muss arbeiten. Benjamin, hier wird nicht mehr gearbeitet. Hier, das halte ich von deiner Arbeit, Ben. Junge. Willst du mich immer noch schlagen, hä? Leute, 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 klärt das auf... Leute, klärt das in der Arena. Wir haben eine Arena-Flasche vorbereitet. Mitkommen bitte. Nicht bummeln. Ich warte mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht mehr, wo lang es geht. Ich habe einen Nacken. Ich habe, warte mal, Ben. Ja, bitte. Ben, deine Flasche ist hier. Das ist anders lang. Hier lang geht's. Mir folgen. Ich kann aber nicht bridgen. Oh mein Gott, warte mal. Ich habe die Glücks-Dreispitzhacke dabei. Die lasse ich hier. Ben, du Asi. Ben tötet mich. Aber du sagst das jedes Mal, aber ich nehme wieder beim nächsten Mal auch wieder keine Rücksicht und es wird nie was passieren, dass da nie was passiert. Elina ist letzte Folge gestorben, Ben. Nö. Echt? Doch. Weil ich sie umgewufft habe? Ja. Echt? Toll gemacht. Du hast den Weg weggebaut, da konnte ich mich retten. Ach so, nee, das war ja troll. Ach so, ja, okay, dann passt der. Benjamin, du musst bauen, ich kann das nicht. Boah, ich war aber schwach die letzten Tage im Fastball-Stream. Du schaffst das. In diesem Lava-Ding. Nee, dahinter müsste noch was sein. Hast du nicht irgendwie sichtweite eine Million? Nee. Boah, das war so schnell, ich habe gerade selbst überrascht. Darkman, weiter zu. Nee, nee, warte, jetzt hier rechts. Hier, hier gerade auch. Da hinten zu diesem Tempel-Ding. Ja, genau, genau. Das ist voll wild. Nur mach ich ein, das ist dein Video, du musst das machen. Benjamin, ich kann das aber alles nicht. Guck dir das doch an. Nein, fahrst mich nicht, du hast eine Diabrustplatte. Ach, wenn ich das jetzt so sehe, sieht das richtig NPC-mäßig aus, dass jemand macht. Wie soll man das denn auch schnell machen, ohne zu sterben, Digga? Jeder, der das macht, der hackt auch. Ich spiel mit Boss-Klein. Ich raff's da oben nicht. Nee, du machst da einfach Shift, rechts klick, Shift. Also da gibt es jetzt keine Wissenschaft. Also man holt sich die Geschwindigkeit raus, indem man anstatt zu sneaken geht. Also du, also quasi, guck mal, wenn du jetzt so machst, dann gehst du ja den ganzen, du sneakst ja den ganzen Block. Ja. Und ich quasi sneak aber nur ganz kurz vor Ende. Und damit gehe ich halt mehr. Und das ist hacken. Und da bist du einfach schneller. Aber Fast Bitch ist ja auch nicht gleich Fast Bitch. Du kannst ja noch viel, ich habe viel jetzt gesprungen. Das ist aber ein schweres Wort, ey. Fischer, es gibt Fritze, Fisch, Frische, Fast Bitcher. Bin ich schon da? Sind wir da? Bruder, also, ja. Oh, wir sind fast da. Junge, das waren drei Steaks, Ben. Das ist übel weit. Drei? Drei. Drei so wie trocken. Ach, du redest deine Profitaktik, Bad Wars, wie nach oben kommst. Auf gar keinen Fall. Alter, das war aber deine Schuld. Ja. Tada. Boah, das ist ja cool hier. Wow, das ist ja der Wahnsinn. Bei meins klang ja wenigstens echt, aber da soll ich dich lohnen. Ihr seid so gemeint. Ey, hier sind überall Karotten. Ja, hier. Loll. Lecker. Leute. Hä, da sind Karotten. Das ist ja übel cool gemacht. Ja, das ist wohl der Baufeld, Mann. Alter, kannte ich noch gar nicht. Ich auch nicht. So sind wir von Gumbo Games. Leute, wir kommen zu einem neuen Short. Rast uns immer auf dem Bauwerk, Alter. Lina, der muss über eine Minute gehen. Hä? Nein, nee, nee. Shorts gibt 15 Sekunden. 15 Sekunden Remix. Bester. Leute, wir sind jetzt in der Arena angekommen. Wir werden in One-Wie-One-Battles gegeneinander antreten und hoffen, dass Benjamin verliert, sodass wir das in den Titel packen können. Boah. Waro Titan. Nee, Titan. Waro. Waro. Ich kann die Reihenfolge selbst nicht, muss ich ehrlich sagen. Ist auch Quatsch. Gut. Ich würde sagen, ihr beide kloppt euch als erstes die Köpfe aneinander. Wir machen richtig PvP. Ja, ja. Wir machen PvP. Aber das ist ein bisschen nerfed. Es gibt keine Axt und kein Schild, Benjamin. Boah. Ja, ja, ja. So nämlich. Ja, weil das war zu Angst. Aber ich habe kaum Essen. Wir haben hier alles vorbereitet. Schau mal, hier oben ist ne Kiste. Ihr kommt dann jetzt hier. Hier hinten ist ne Treppe. Muss außen rum und dann Treppe hoch. Elina craftet sich illegale Sachen. Nein. Ich will nur meine Sachen hier wegpacken. Okay, ich packe auch meine Sachen weg. Zehn Zuckerrohne Kartoffeln. Hab sie weggepackt. Wenn die da weg sind, Elina, aus der Kiste. Ich passt doch auf. Elina, da Zuckerrohne raus. Ich hab gerade ein Fass gemacht. Gambo. Ich bin nicht, ich stand hier. Du standst gerade neben dem Fass. Ich hab's gesehen. Ja, okay, komm. Gib mir meine Zehn Zucker. Ich hab dir sogar noch vier oben draufgepackt. Ich würde dir geschenken. Renny, das ist ein freundschaftliches Geschenk. Guck, ich schmeiß das für Zucker weg. Nein. Du schmeißt das nicht da weg. Ich schick dich hinterher. Wie er extra oben aufmacht, damit ich ihn nicht boxen kann. Du dreckiger. So, Leute. Wir sind jetzt in der Arena und auch equipped. Und die Special-Regeln lauten, es gibt kein Schild und keine Axt. Das heißt, das kann auch in einem Coinflip enden hier. Und Elina und ich haben die Chance, Benjamin so richtig fertig zu machen. Benjamin. Das wird dir nicht gegriebt, Junge. Ja, ich wollte mehr Distanz, wir stehen so nah aneinander. Mehr Distanz, okay. Dann würde ich sagen, in 3, 2, 1 geht's los. Die hat sich in der letzten Sekunde noch was gefiffen. Oh mein Gott, habt ihr das? Oh, das war richtig episch. Nein. Setz dich hin, Elina. Hier ist der Wahre Titan Wars Gewinner. Nein. So, ich nehme mir da jetzt auch mal meine Sachen raus. Dann spiele ich noch gegen Ben und dann muss ich noch gegen Elina, denke ich. Okay. Batz, 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 batz. Mach Ben fertig. Ich mach Ben anders fertig. Benjamin. Muss noch regenerieren. Du hast ne Dia-Brust-Platte, Bro. Schade. Ich sag das Welt nicht auf. Alter, ich guck dich richtig. Warte, ich muss kurz hier, ich muss kurz was einstellen. Tja. Was ist denn der Ecke, Gabo? Nee, nix. Ist da ein Dropper? Dropper mit Gold-Empeln. Okay, passt. Gabo ist unter so dem Knopf TNT. Hm? Was? Bleibst du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit, die Bomben. Drei. Zwei. Eins, go. Der will den Knopf drücken. Benjamin, das machst du nicht nochmal. Nein. Nein! Oh mein Gott, der hat mich viermal weggekrittet. Ich hab Herzschmerzen. Er hat Schmerzen. Wolltest du den Knopf drücken? Nein, Mann, ich wollte dich nur trollen. Darunter ist nix. Das sah nämlich übel so aus. Ich bin auch dahin gegangen. Also ich hab's ein bisschen geforst. Ich dachte, du willst den dann selber drücken und nimmst dann für einen Hit in Kauf oder so. Ja, ich hab's dir auch abgebaut, wenn's mich auch ritten können. Aber das hat einfach nicht gemacht. Ja, hab ich mich kurz dagegen entschieden. Los, Yelena, los. Sorry, Gambo, aber ich muss Team Elina sein. Team Elina? Team Grün bin ich. Team Grün. Elina war ich weg. Ohne Probleme. Ich bin hart, 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 hart. War das richtig? Nein. Elina, bist du ready? Ich bin ready, glaub ich, ja. Drei. Zwei. Eins. Go. Die hat mich. Die hat mich. Star, Elina. Stark. Abo, come back. Oh mein Gott. Mann, bin ich kacke. Warum bin ich so ein Schleckchen? Wieso bin ich so ein Schleckchen in VWP? Mann, ich hab so viel in VWP früher gespielt. Auch alles für die Cut-Seite 1.8. Dann können wir nochmal eine Runde. Ich will nochmal eins. Ja, unseres war knapp. Hier, hier ist Team Grün. Pass auf. Warte, ich guck mir das nochmal von oben an. Wichtig wäre, den ersten Hit gut setzen, ey. Ja, das stimmt. Okay, das ist so ein Schiff hier. Warte, mir fehlt noch ein halbes Herz. Geht noch nicht los. Wir müssen erstmal alle liken, damit ich full Herzen habe. Alter, die Kraft. Oh, Likes brauchen wir hier. Das letzte Mal, la, 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 la. Die Likes fließen immer ein Schwert. Es wird zum Diaschwert. Alter, ich hab das Omega-Schwert. Ich hab gleich Hunger. Nicht, dass du den Schiff machst. Der ist so am Trial. Ist das krass. Toll. Egal. Ich schnettelde ich auch so. Geh mal hier rüber. Hier hab ich bessere View. Es geht los. Drei, zwei, eins, go. Elina, mach ihn weg. Bitte. Aber ich hab gemerkt. Wir müssen den auf den Boden bringen. Ja? Nein. Ich hab Stress. Ich hab Stress. Krit von oben. Ja. Oh mein Gott. Ja. Let's go. Was war das denn? Ja, der Likes, Leute. Oh mein Gott. War das krass. Boah, das war so wichtig. Das war auch wichtig für mein Ego, Elina. Sei ich da ehrlich. Ich will auch eine Revanche gegen Ben. Okay. Benjamin? Ja. Revanche. Den mach ich noch weg. Nee, du hast gerade... Das war eh hier oben. Drei, zwei, eins, go. Oh mein Gott, Mann. Du scheiße, was ist rum, als ob es so krank knapp war. Ich hab dir noch drei kurze Hits gegeben, Mann. Ja, aber diese kurzen Hits ziehen, die hat nichts hart. Doch, ein halbes Herz. Mann, wie viel hattest du denn noch? Vier Herzen. Nein, Benjamin. Ich hab wirklich noch vier. Das ist kein Witz. Das gucken wir uns im Replay nochmal an. Ja, ganz sehr gerne. Die Replay-Mode läuft, ich guck mir das wirklich an. Ja, den ganzen Abend, mach ich sag mal. Damit würde ich sagen, Elina hat hier ganz klar alles abgerissen. Ist doch unentschieden, ne? Okay, Elina hat gewonnen. Elina hat gewonnen. Was kriegt die Siegerin? Die Siegerin... Den OP-Goldapfel. Den OP-Goldapfel. Ich hab keine Ahnung, wo der ist, ehrlich gesagt. Hab ich den verloren? Der müsste, denke ich, in der richtigen... In der... Aber das war richtig geil, wo wir angefangen haben zu kämpfen. Boah, das war übelst episch. Ja, das war echt geil. Das war richtig episch. Elina, der muss seine Sachen mitnehmen. Stimmt, meine Sachen sind auch noch da. Ich hatte ja nix. Meine waren eigentlich oben drin. Ich hab mein Zuckerrohr und meine Eidekartoffel. Wer räumt mir meine Sachen aus? Ich hab sogar ein bisschen was von euch geklaut. Wer räumt mich hier aus? Hallo, wo ist denn die Diabos-Platte? Da, da, ich hab sie dir hingedroppt. Die hab ich auch so hingenommen. Ich hatte nämlich auch eine. Ich hab dir noch so einen Kostler drin. Nur die coolen Leute haben... Ja, kannst du Ben geben? Das ist mal meine, glaube ich. Ja, mit Per-Wall, bitte. Oh mein Gott, hier ist ein Loch. Elina, pass auf! Ja, ja, ich... Ey, da war wirklich ein Loch. Digga, Ben, du bist so ein Assi, ne? Ich hab gehofft, dass du das mit Shader nicht siehst oder so. Nein, nein, ich hab das alles... Alter, was ist hier denn los, Junge? Ich hab so gehofft, dass Ben noch weiter mit uns quatscht und er nicht zur Seite guckt und dass ihn der Zombie dann weggehaut. Junge! Das wär wirklich lustig gewesen. Der ist fully equipped, der war auch mit beim Battle. Gabo, Junge. Achso, du bist gar kein Zombie, sorry. Ja, gleich. Oh nein! Du Dreckiger... Wo ist jetzt der... Aber hat Elina nicht schon mal ein Battle-Apfel gewonnen? Das Hide and Seed. Das Hide and Seed hat sie gewonnen, da hat sie auch den OP-Gold-Apfel gewonnen. Elina, zur Feier des Tages, vielleicht dir den... Nee, warte, Elina, ich hab zwei Geschenke. Du kriegst den OP-Gold-Apfel und ich schenke dir dein Haus wieder. Ich wohne jetzt wieder meinem. Cool, mein Haus ist wieder unbesetzt. Dein Haus hat nicht mal ein Bett, obwohl doch, dein Haus hat ein Bett. Ich werde meinen Mietnomaden-Status zurückziehen und wieder in mein komisches Schranken-Durchfahrtshaus ziehen, wo Elina einfach eine Straße durchgezogen hat. Ich dachte, du sagst Durchfall aus. Ich dachte auch nicht. Nein, pass mir durch, na Junge. Ich hab da Durchfall ausgehört. Doch eigentlich bin ich sogar der Einzige, der eine Toilette hat. Liegt ihr im Bett? Nö. Benja, wie ich seh dich da noch rumjumpen. Ja, das ist gar keine Toilette. Du warst nicht mal am Spiegel in deiner Toilette. Du solltest aber jeden Tag auf Klo gehen. Guck mal, ich mach dir jetzt ein Loch rein und das kann man hier kacken. Aber ihr kackt nicht bei mir, Alter. Das ist ekelig. Doch. Das ist ein kollegiales Kacken. Nein, niemand kackt hier. Hast du schon mal bei Ben zu Hause gekackt? Hättest du mal ehrlich gesagt. Bei Ben zu Hause? Nee. Die vier Tage, als ich da war, hab ich eingehalten. Hä, echt jetzt? Nein. Wie soll das funktionieren? Es gibt schon so komische Leute. Nein, auf gar keinen Fall. Ich war mal mit jemandem auf Klassenfahrt und die hat gesagt, die war dann eine Woche lang nicht kacken. Ja, dann gibt es wirklich so Leute. Es gibt Leute, die komprimieren das richtig, das ist geisteskrank. Die machen das in den Fall. Einfach Wall-E. Einfach Wall-E. Die machen da Presse bei Diamanten. Apropos Diamanten. Ach nee, wir haben keine mehr. Gambo hat mich ja runtergeschlagen. Wir können uns jederzeit welche beim Hide and Seag holen. Da ist ja irgendwie viel Dia verbaut. Wenn du mich jetzt schlägst, verlieren wir unsere Glück-Dreispitzhacke. Echt jetzt? Ja, ich hab die in der Hand. Das Ding ist, ich hab mich... Oh, Alter, Junge. Wow, Alter. Gut, Leute, heute. Stimmt, warte mal. Was für eine Anmod hat, kenne ich mir eigentlich vorgeschlagen mit Lambo? Ich hab's vergessen. Gambo, klärt ein Lambo. Hallo, ich bin Gambo und like das Video, dann krieg ich ein Lambo. Das ist halt nicht schlecht. Das ist halt nicht von dir. Ja doch, jetzt schon. Leute, wir müssen jetzt mal ein bisschen progressen. Und dafür in den nächsten... Was ist der nächste Schritt in Minecraft? Portal gießen, maybe. Genau, Benjamin, 100 Punkte. Du kriegst den goldenen OP ab. Elina, gib den lang. Okay, warte hier. Nice. Wir brauchen ein Portal und ich hab mich mal ein bisschen schlauer gemacht. Ich hab ein paar... Ich hab zu lang gedrückt dieses Mal. Das hat geleckt, weil Gambo wieder diesen Billig-Server gemietet hat. Digga, Benjamin, der Server kostet mich ein halbes Monatsgehalt. Der Server kostet selbst so einen 4-Euro-Server. Das ist einfach ruhig. Benjamin, ist das geisteskrankt. Hier liegt Gambo-Games drauf. Was willst du eigentlich? Dieses International-Gambo-Games. Das steht da auch... Habt ihr das in der Server-Liste mal gesehen? Nee. Wenn ihr in der Server-Liste den Server mit einpackt, dann steht da in International Gambo-Games-Server. Das tut mir leid, Leute. Ich möchte mein Fehlverhalten entschuldigen. Egal, du hast es ja gerade zurückgewonnen. Das war ja meine eigentlich. War ja auch deine. Entschuldige ich mich überhaupt. Zu Recht habe ich den gegessen. Komm. Das war wirklich. Ähm. Ich bin schon wieder seit 10 Minuten hier rum. Weil mich keiner aussehen lässt. Ich gehe mich ertränken. Ja, Portal, Gambo. Organisiere mal. Portal. Leute, wir müssen dafür nochmal drei Steaks bridgen. Dann kommen wir zu einem Portal. Ich fühle mich hier wirklich ausgenutzt irgendwie. Benjamin, ich bridge doch selber. Meine Arme tun schon weh davon. Ich weiß auch, wo wir hin müssen. Wir müssen an Bens schäbiger Brücken-Kabuch hier vorbei. Es kostet Maut. Einmal kacken dir. Ja, ich kack jetzt hier auch. Komm. Ja, zack. Gespuckt habe ich da drauf. Wir müssen jetzt mal in Nether. Aber Leute, ich sage euch ehrlich. Ich habe mir ein paar Sachen dazu durchgelesen. Ich habe Internetseiten gegoogelt und habe dabei herausgefunden, dass es echt mies anstrengend werden kann, dieses Portal zu erreichen. Warum? Weil es gut bewacht ist. Sagen wir so. Ich habe ja OP Gold da wirklich gekessen. Ah, okay. Dann passt ja. Dann ist ja alles Tutti Frutti. Wir müssen hier weiter. Was? Ja. Hä, hast du das gerade aufgebaut? Ja. Okay. Habt ihr eure Wintersachen eingepackt? Wir müssen da durchs Biom. Nee. Nicht? Ich habe meine Winterjacke seit zwölf Jahren. Die gab es. Ich glaube, das stimmt sogar. Bens NPC-Moment. Ich habe die so lange, ey. Aber das ist krass. Weißt du, dass es bei mir krass ist? Das ist auch ein krasser Fun-Fact. Ich habe mir eine Winterjacke gekauft. Ja. Von so meinem ersten YouTube-Money. YouTube? Damit kann man Geld verdienen? Hatte ja Winterjacken, die sind aber wirklich auch teuer, ne? Ja. Und ich habe mir so eine richtig teure gegönnt, weil ich immer so, ich hatte wirklich immer Jacken von Kik, den Ungenogen von Kik. Die haben wirklich natürlich gar nicht gewärmt. Also okay, die haben schon ein bisschen gewärmt, aber die war wirklich letzte Rille. Und dann habe ich mir eine Wellensteinjacke gekauft, so richtig. Wellenstein? Das Problem ist, zu der Zeit war ich noch dick. Und deshalb ist die Jacke mir jetzt viel zu groß. Kannst du auch Oversize tragen? Ja, aber es sieht ein bisschen komischer aus mittlerweile. Also ich weiß auch nicht, was da hinweg zu fahren ist. Dieses Essen ist das behalte ich für mich. Aber ja, ja. Kannst du die nicht angleichen lassen? Ja, aber wir gehen heute noch zu einem Schneider. Das ist mir cool. Benjamin nimmt gerade ein Video auf. Ja, der leistet gerade. Er ist auf TikTok geil. Danke für die Hosen. Ja, baut euch doch weiter, ich bin da da. Hier sind zwei Eisbären, Junge. Was haben die denn für Riesenhintern? Ich muss hier vorbei. Lasst mal den Bamboo Games durch hier. Ich habe einen neuen Spawnpunkt gesetzt. Guck mal, hier kann jemand einziehen. Wohnung for free. Nachbar ein bisschen garantiert. Nö, ich mag meine Wohnung, danke. Jetzt habe ich den Spawnpunkt hier gesetzt. Da oben sitzt mir aufgefallen. Ich habe es mir abgebaut. Wo spawnen wir jetzt, ist die Frage. Boah, das ist ein Wettbewerb. Warum bridge ich dann überhaupt, Digga? Ich auch nach oben. Wir müssen gleich da vorne rechts, Leute. Seht ihr die Menschen da drüben? Geil. Da müssen wir hin. Benjamin, ich setze auf deine PvP-Künste. Ich habe ein Holzschwert mit zehn Haltbarkeit. Ich bin da raus, ich gucke zu. Tut mir leid, ich habe keine Blöcke. Ich habe auch keine Blöcke. Ich habe Blöcke. Nicht runterschubsen, bitte. Nein, passt schon. Benjamin, wenn du das Ding heute holst und uns in Nether bringst, ne? Mit deinen PvP-Künsten, dann kannst du dir auch... Elina hat das gewonnen. ...waro Titanwalls Bottle gewinnen. Bottle, das alle. Aber Elina hat gewonnen. Elina ist Bottle-Siegerin. Stimmt, Elina ist... Genau genommen ist es unentschieden. Na, Sch***. Dann hat er das letzte Bett gewonnen. Ich sage euch ehrlich, das ist doch auch so ein Pillager-Stützpunkt, ne? Ich denke, wir sollten da lieber außenrum bauen. Da gehe ich nicht ein. Aber da oben ist Loot. Benjamin, da oben ist aber auch ein Spawner, Junge. Guck mal hin. Da unten, wenn man schnell ist. Schaffst du es? Hier, dann viel Spaß. Ich habe keine Blöcke. Bitteschön, geh mal looten. Das will ich jetzt sehen, ey. Ich habe hier dieses nervige Kabel. Oh, Ben, Alter. Geht's dir gut? Warum haben die nicht instant gesnipet? Also hier sind 10 Spawner drin. Oh, Elina baut so schnell. Hätte ich mal nicht das Bett im Iglo abgebaut. Nein, du hast es abgebaut? Ja. Ich habe da auch so ein Spawnpunkt gesetzt. Wir spawnen jetzt auf der Hauptportel. Toll. Ich komme. Ja, so weit ist es ja nicht, wenn man die Brücke hat. Ich baue mal weiter außenrum. Aber ich habe da gelootet. Ja, super hast du gemacht. Ich habe ein Mehrfachschussbuch. Was? Hat sich voll gelootet. Da sind übrigens jetzt auf jeder Etage Spawner. Echt jetzt? Ja. Da oben sind auch übelst random einfach Skelett-Spawner, ne? Da sind Skelette oben gespawnt. Instant. Als du da rein bist, waren da drei Stück. Ich habe es auch gesehen, habe es aber keinem gesagt. Der kann fast selbst darunter gefallen, wo ich die Blöcke abgebaut habe. Wo ist Ben? Ist der schon drin? Ich bin falsch gelaufen, glaube ich. Ah, perfekt. Wo sind wir nochmal lang? Bei dir hinten. Ah, okay, okay. Du musst noch Mountgebühr zahlen dann aber. Ah, mich selbst? Ja. So funktionieren Geschäfte, Ben. Sonst gehst du bankrott. Ich habe richtig Bock, Elina runterzuboxen gerade. Nee. Du hättest ein bisschen Ausrüstung mitbringen können. Das hätte ich dir vielleicht sagen sollen. Zu spät. Zu spät. Egal, vielleicht stirbt ja gleich noch jemand. Hey, Elina, tut dein Finger nicht weh? Nee. Du bist mit einem Permasneak. Ja. Ja, okay. Mein linker Zeigefinger. Wenn man das so messen könnte, so von normalen Menschen, der linke kleine Finger und von mir, der wäre, glaube ich, schon überdurchschnittlich trainiert. Der hat bestimmt auch schon so ein Bizeps. Der hat echt ein Bizeps bei mir. Wo hast du die Items her? Aus der Kiste. Und weiter geht's. Ich schiebe euch jetzt ein Bild von meinem Bizeps für mich. Nee, dein kleiner Finger hat auf keinen Fall ein Bizeps. Doch. Klar, dem. Also sorry, dass ich das jetzt hier so sagen muss. Oh, sorry. Und das musste jetzt aber raus. Könnt ihr mit eurem Finger, also der Finger hat ja so drei Abteile, ne? Also so drei Finger. Hier, jetzt könnt ihr gucken. Ich hab geschlägt. Kannst du auch ins Finger einblenden. Echt? Ja. Mein Bizeps, zwei kleiner Finger. Ich guck das jetzt an. Na doch, da kommt schon was raus. Siehst du das über dieser kleinen Mini-Falte? Ja. Das könnte aber auch einfach eine Fett-Falte sein. Oh, 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 oh. Oh. Hey. Hey, wieder. Oh mein Gott. Hey. Oh. Das muss wieder da hinlaufen. Junge, was? Niemand macht sich über meinen kleinen Finger lustig. Mit dem brech ich dir alle Gretten. Könnt ihr mit dem obersten Abteil von eurem Finger, also es gibt ja drei Unterteilungen, mit dem obersten Knicken, also könnt ihr den einknicken komplett? Ich kann nur den. Der knickt nur mit. Also schon, aber nicht full. Ich kann den komplett knicken. Bei allen Fingern. Also, aber ohne Nachhelfen. Wiegt man das? Ohne Nachhelfen. Aber man knickt halt das zweite Abteil dann automatisch mit. Ne, ne, ich nicht. Achso, ne, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ah, jetzt hab ich mir wehgetan, aber es geht. Oh, das hat geknackt. Das hat richtig geknackt. Okay, wir warten noch kurz auf Ben, weil alleine trau ich mich da echt nicht rein. Alter, hier spawnen so viele Monster. Das ist krank. Monsters. Bin also gut wie tot. Benjamin. Benjamin. Ah, guter, ja. Schlauer Mann. So, wir sind drin. Van Gambo rett eine Diabos-Platte rum, will dir was erzählen. Benjamin, ich hab Schiss hier. Kannst dir gar nicht vorstellen. Wir haben auch keine Schilder. Das ist alles kaputt. Schilder, ja, oder Schilder? Schilder. Schilder, Schilder? Boah. Oh mein Gott. Direkt offenbart. Hä, lol. Was für ein Glück kann man haben? Wie random. Wir haben ja keine Dias mehr. Wir haben doch deine Spitzhacke. Ha, aber wir haben ja. Hat ja keiner mitgebracht. Oh, die ist in unserem Dorf. Nein. Alter, Junge, der klickt, ich tu it. Ja, das ist ja auch... Oh, ha, danke dir. Oh mein Gott, was ein Snipe. Okay, warte. Ich hab' kein Schwert mehr. Ich hol' mal ganz kurz unser Ding. Wie heißt das? Spitzhacke. Späitzhacke. Wir brauchen auch ein Feuerzeug. Haben wir überhaupt einen Stil? Ich hab' Stil. Stil? Was für ein Stil? Einen guten Kleider-Stil. Boah, mein Kinderarzt hat früher mal Lebensstil gesagt. Ich wurde so sauer, ne? Ist das geisteskrank. Warum hat der zu dir Lebensstil gesagt? Nein, wenn er das Wort Lebensstil benutzt hat... Die müssen ihr Lebensstil ändern. Ja, ja. Dein Lebensstil muss gesunder werden. Na, komm. Alter, sind die stark. Perfekt. Ach, du spawnst da drüben. Überschlau. Wir haben einen Toten schnappt. Ist das auch so warm? Wir sind ja auf 31 Grad. Ich sitze hier auch wirklich auf zwei Quadratmeter. Benjamin, was machst du denn da? Ich versuche, diesen Toten zu kriegen. Aber ich hab' so eine unfassbar schlechte Ausrüstung, Alter. Ja, warte. Ich bring' noch ein bisschen Ausrüstung mit. So. So, das hier brauchen wir einmal. Eisen brauchen wir. Noch mit. Egal, ich hab' meinen Toten. Egal. Guck, Elina. Egal. Egal. Guck mich an. Egal. Wow, Ben. Ach, hier ist Keith. Das ist der Hammer. Du bist der Auserwählte. Oh mein Gott, Benjamin. Benjamin, da musst du nicht in drei Minuten los? Was? Oh mein Gott, stimmt. Hier ist ein Vex. Hier ist ein Vex. Dein Problem, nicht meins. HP Vex. Scheiße. Das ist immer HP. Benjamin, aber das ist... Ach, komm. So, Leute. Ich bin zurück mit unserer Ausrüstung. Stabil. Wir haben einmal... Hier, Ben, mach dir mal ein bisschen Zeug. Ach, perfekt. Ich hab's jetzt wieder auf... Ach, komm, Digga. Ist das schlecht. Junge, es ist wieder. Benjamin, du musst dich auch mal ein bisschen konzentrieren hier. Was soll'n das? So. Wir brauchen... Käse. Kies. Warte. Wir haben Kies. Wir haben Kies. Wir haben Kieselstahl. Und der kommt mit sechs Eisen und sagt, hier, mach dir mal ein bisschen was. Was soll ich mir damit machen? Deine... Vielleicht eine Axt und ein Schwert? Und vielleicht ein Schild? Ein Helm soll ich mir machen. Müll. Schild. Oder komm. Hier, ich hab noch drei. Der hat mir nicht alles gegeben. Ich hab dir auch nicht alles gegeben. Manchmal muss man noch ein bisschen an sich selbst denken. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin tot. Die machen echt viel, Schaden. Die haben dicke... Ist das krank hier. Oh mein Gott. Da haben wir aus meinem Totem schon gesehen. Als ob du ein Totem hast. Mann, warum kriegt der immer die coolen Sachen? Immer so. Ich dachte, ich gerade bin um sechsmal gestorben. Und dann da. Totem, warte. Immer was du so. Wir können jetzt das Ding einmal aufmachen. Junge, das dauert jetzt auch dieses Krampfhafte lang, oder? Alter. Da sind Tierblöcke drin. Ja. Oh mein Gott. Warte, ich baue nur das Nötigste ab. Komm, Ben. Ja. Ich glaube, ich nenne die Blinder, dass das abricht. Nee. Bitte nicht. Warte mal, ihr könnt mir jetzt helfen. Hier, macht euch mal Spitzhacken. Oh, danke, Heidi Vergangenheit. Ich hab noch Sticks. Ich hab hier noch Holzsticks. Oh, wie nett. Dankeschön. Wie wird ein Portal... Oh Mann, ich bin gerade richtig überfordert mit dem Portal. Es ist nur 2 breit, oder? 2 breit, oder? Kommt drauf an, was du 2 breit meinst. Also nach dem Einverständnis wär's 4 breit. Nein, nein, also Stehfläche. Stehfläche. Ja, aber eigentlich... Das laberst wie Nina. Ist auch alles egal. So, wir haben... Beheb, Beheb. Ich denke, wir... Ja, das was du am Bosen sind musst, glaube ich. Warum? Wir brauchen doch Obsidian. Wir können dir ja die Grundform beibehalten. Ist ja nur das Nötigste. Oh, ach so. Ich hab das gerade abgebaut, dass wir eh irgendwie... Jetzt hier noch eine, oder zwei was? Let's go und rein in den Messer. Oh nein, wer war das denn? Was war das denn? Bist du, weil wir das nicht richtig abgebaut haben. Ich hab's doch gleich gesagt. Nee, selten nicht. War normal. Jetzt rein. Bist du, hab ich doch gleich gesagt. Irgendwas stimmt hier nicht. Hä? Als ob das damit zu tun hat. Nee, das liegt an der Bordel. An der Macht der Bordel. Nein, nein, nein. Gambo, ich hab da gerade das abgebaut. Sorry. Oh, Gambo. Haben wir das falsch gebaut? Nein. Das wird's doch nicht angehen. Das liegt an der Macht der Bordel. Nein, liegt's nicht. Macht der Bordel? Ja, das hier müssen wir noch abbauen, dann find's das. Hilf nicht. Das hat safe mit dem Tester. Okay, Deal. Okay. Wenn's jetzt hinhaut, kriegst du einen Tester. Nee, dann bleich ich mir den Arsch. Oh mein Gott. Nee, wenn's hinhaut. Meiner. Das wird nicht hinhaut. Oh, was ist das? Warum? Die Macht der Bordel, hab ich doch gesagt. Ich geh in mein Kackhaus zurück. Dicker, was? Ich hau da gar nichts. Hey, meine Roborocken. Herzlich willkommen. Euer Benson. Ciao. Ciao. Ja, Bordel. Zusammen mit Ben und Elina. Hallo. Let's go, Leute. Wir haben letztes Mal vor langer Zeit aufgehört zu spielen, weil wir nicht wussten, wie wir am Nether-Portal weiterkommen. Aber nach jahrelanger Forschung, die ich und mein Team angestellt haben. Elina, das ist ja auf dem Boden. Da wird ja immer was, Gambo. Seit wann können wir emoten? Geht das? Ich hab ein Totem. Das ist mein Dance. Aua. Bist du so toll? Ja, ich sneaker und wechsel dann immer meine Sachen in der Hand. Hey, ich dachte wirklich, dass du da tanzt, ne? Nee. Hey, das sieht ja übel krass aus. Kennt ihr, das ist dieser, wie heißt denn der, wenn man so diesen Knie-Shaker macht? Der Gritty? Nee, nicht der Gritty, sondern der einzige Tanz, den du kennst. Das ist ja übel lustig. Hey, das ist krass, Elina. Jetzt bin ich komplett zurückgeblieben. Also, ich kümmere mich weiter um mein Beet. Das sieht aber auch so ein bisschen aus, als würde man klatschen. Ich würde mich auch verbitten, dass das hier geplündert wird. Was willst du plündern? Nee, ihr plündert nicht mein Beet. Nur Elina darf. Die hat dir geholfen. Junge, ich hab auch geholfen. Den Scheiß hast du. Doch. Ich hab das Loch da oben gemacht. Damit wurde es bewässert. Das haben wir in der ersten Folge alle gemacht, damit man da durchkommt. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Also, ich benutze jetzt erstmal einen Ofen. Der fünf Folgen, wir haben nicht mal einen Ofen. Ja, weil du dir immer die Sachen auch hingemobst hast. Nee, bei dir ist gar nichts drin. Leute, aber wir haben hier eine Mission. Nein, nein, bitte mach nicht. Mach nicht diesen, bitte. Wirklich. Ich brauche jetzt mal auf ernster Basis einen Ofen. Ich mach mir jetzt einen. Auf ernster Basis? Den platziere ich immer in mein Zuhause. Nein, mach mal nicht. Ich muss auch was braten. Nö, ist mein Zuhause hier. Ja, okay. Dann mach ich mir einen eigenen Ofen. So, da brate ich jetzt meine Kartoschkas drin. Wir haben aber gar keinen Holzstein mehr. Ich hab einen Teppich jetzt in meinem Haus. Oh, geil. Ich pack auch meine Kartoffeln da rein, okay? Ich geh einfach in mein Haus rein und wohn da rein. Ja, du hast ja wenigstens ein wirkliches Haus. Ich bin hier in dem Autobahnhützchen. So eine Häuschen, wo man seine Maut abgibt. Ja. Leute, wir haben eine richtige Mission heute. Und da müssen wir auch durch Ben's Haus rein. Das ist wirklich. Lass du mal meine Haus in Ruhe. Was soll ich denn machen? Das hat schon Wasserschaden. Das stimmt doch gar nicht. Wo ist denn der Eimer? Wir hatten doch mal einen Eimer. Ich hab keinen Eimer mehr. Alles ist weg, wirklich. Ich hab zwei Eisen. Ich hab einen Schwamm auf den Eimer. Tadada. Nein, mach das Wasser nicht weg. Das ist unsere einzige Wasserquelle. Ach ja. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt auch nicht. Hinten ist sie. Wir haben ja bei einem Ziel. Weg mit dem Kack. Das ist ein Loch. Wasser, schnell, Wasser. Wasser. Du hast es doch weggemacht. Du hast es doch weggemacht. Hol doch mit dem Eimer Wasser. Hast du wichtige Einzümmel in den Inventar? Ja. Scheiße, das bringt wirklich nichts, wenn ich quitte. Das ist ja trotzdem weiter weg. Ja, ja. Das läuft jetzt weg. Du bist alles weg. Nein, nein, nein. Nein, mach das schnell. Geh raus, geh raus. Wie denn? Das Wasser geht doch trotzdem runter. Ach nee, aber du kannst das runterlaufen. Ich kann das so fließen lassen. Geh weg, geh weg. Schnell. Du steckst weg, Elina. Hast du eine lange Leitung oder was? Junge, geh weg. Haben wir Wasser? Haben wir einen Eimer? Ja, wir haben nicht jede Menge Wasser. Aber wir haben keinen Eimer. Ich habe nur zwei Eisen. Elina, hast du einen Eisen? Wir haben nur eine Riesenflasche. Wo ist denn der Eimer? Warte mal. Den hat irgendeiner verloren, hat es da runtergefallen. Das ist wahrscheinlich. Ich habe... Ein Eisen habe ich noch wirklich hier im Ofen. Wichtig. Wichtig und richtig. Okay, wir holen Ben jetzt zurück. Benjamin, das wird jetzt eine Mission. Du musst aber auch dran glauben. Das ist eine Rettungsmission. Ja, ja, das wird eine Rettungsmission. Ich bin ausbietig. Insta nach oben gucken und wehdrücken, Ben. Aber noch nicht kommen. Ist noch nicht so weit. Wir gucken mal. Ist das Wasser? Nee, das muss noch ein Stück. Ach, kaputt! Oh, kaputt! Ich bin doch... Er ist doch im Wasser. Warum schreist du denn? Kann ich, Leute? Ich sehe das, ich habe ihn verhietet. Kann doch, oder? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist noch nicht so weit. Nee, 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 nee. Noch lang nicht. Nee. Wir sind noch am Verdichten hier, Benjamin. Ja, aber das fließt doch viel schneller nach unten. Wir verlegen die Rohre und du hältst jetzt die Stauze. Ihr seid in meinem Haus. Ein bisschen Respekt mal bitte vom Gas geben. Erstens, wir sind unter deinem Haus in der Kanalisation. Mein Haus ist die Kanalisation. Jetzt kannst du joinen. Ja, jetzt müsst ihr gehen. Leertaste, Leertaste! Boah, das war so knapp. Das ist doch no joke, ein Einblock für Waltz. Das war so eine coole Rettungsaktion. Das war anders gut. Leute, ich könnte euch jetzt beide killen, indem ich hier das Wasser einfach... Nein, mach nicht diese Filme jetzt. Ich habe die Glücksspitzhacke. Du kannst... Benjamin, leg den Schwamm weg. Was ist mit dir? Das ist ein nasser Schwamm. Durch den kann ich nichts machen. Okay, besser ist auch. Trinkst du nicht? Nein, ich bin an der Hälfte. Elina! Oh mein Gott. Hey! Juge Gambo! Was für eine Backpfeife gegeben. Okay, so. Der Hackfleisch-Hackende Zerhecker. Mann, Elina, du Nervesäge. Ich habe keine Spitzhacke. So, cool. Hast du eigentlich das TNT? Ach, stimmt. Aus der Pyramide, ne? Ja, ja, ja. Nice. Okay, Leute. Wir packen uns jetzt ein bisschen Glas. Ich habe mir nämlich die Dyn-Map mal angeschaut. Für die Zuschauer. Das ist eine Map, wo man die gesamte Map von oben sehen kann. Da bin ich auf etwas gestoßen, was wir mal abchecken sollten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob wir da ohne Equip reinkommen. Also, nehmt euch ein paar Blöcke, ein bisschen was zu essen und etwas zur Selbstverteidigung. Auch ganz wichtig. Tut mal alles in die Kisten rein. Wir haben hier noch drei Eisen. Ja, ich habe das da reingetan. Du hattest, der hat die ganze Zeit unser Eisen gebunkert. Oh mein Gott. Anti-Made. Die wären fast draufgegangen. Das stimmt überhaupt nicht. Das wird locker stimmen. Er sagt ganze Staffel, Junge. Ne, ich zünd jetzt deinen Haus an. Hör mal auf, mach nicht so. Das ist das Einzige, was ich habe hier auf dem Server. Ja, mehr als ich. Und das kann ich nicht akzeptieren. Ben. Es geht auch nicht immer um Harben, Harben. Ne, habe ich nicht eigentlich Elinas Haus gewonnen, letzte Folge? Nein. Das stimmt überhaupt nicht. Doch, irgendwas war da. Warum solltest du dir das Haus gewonnen haben? Ne, ich denke, ich habe mir das einfach genommen. Ja, das klingt eher nach dir. So. Elina, ich gebiete dir für dein Haus ein Totem der Unsterblichkeit. Nö, mein Haus ist schön. Der gehört gar nicht dir. Hey, natürlich gehört der mir, den habe ich erkämpft. Nö. Hol doch die Polizei. Polizei, Officer Gambo. Ich bin da, Leute. Seid ihr equipped, wir müssen los. Bin ready. Etwas zu essen, Baublöcke und ein bisschen was zur Selbstverteidigung. Ja, ja, die fehlen mir noch. Sollen wir uns ein paar Schilder machen, Leute? Drei Eisen für drei Schilder? Nein. Nicht? Ja, okay. Wir behalten das, wir sparen jetzt. Ja, okay, wir sparen jetzt. Sparfrucks, Elina. Let's go, Leute, wir müssen hier lang. Das dauert jetzt ein bisschen. Das kann ein bisschen dauern. Pass auf, ich habe diverse Lücken da reingebaut. Ey, wirklich, wenn ich jetzt hier unnötig sterbe, dann kracht es aber. Dann retten wir dich auch mit Wasser. Ja. Vielleicht voll entschieden. Man kann wirklich immer jeden retten. Ja. Wenn man weiß, was runtergefallen ist. Ob die Bereitschaft so hoch ist, weiß ich jetzt alles nicht. Was denkt ihr, was auf uns zukommt, Leute? Der Nether. Nein, eben nicht. Die Netherflasche habe ich immer noch nicht located. Die ist irgendwo out of map. Die müssen wir erst noch suchen. Wir haben hier mal mit Eis gebaut, Junge. Überprofessionell. So, wir müssen hier weiter. Oh, oh, oh. Ja, hier haben wir einen Abbieger gemacht. Ja, aber hier müssen wir tatsächlich durch. Boah, bin ich hier beinahe letztens gestorben. Ich bin hier gestorben, denke ich. Bin gar wohl jetzt auch. Oh mein Gott. Ah, gehen wir raus. Ah. Wir gehen außen rum, Leute. Haben wir Fackeln? Fackeln? Oh nein. Macht nicht diesen. Wir müssen jetzt hier außen rum. Junge, ey, bist du das hier nieder? Ich mache hier ein kleines Jump'n'Run draus. Weil wir müssen da unten wieder runter. Gampo, hinter dir bist du blöd. Ey, go. Ey, das bin ich auf mich zu schlagen. Junge, seit wann ist eine Morph-Mod hier drauf? Ey, ihr habt ja einfach eine Lücke gelassen. Seid ihr verrückt. Ihr habt doch gesagt, wir machen Jump'n'Run. Ja, aber das machen wir. Hä? Nein. Junge, Elina. Boah, ich bin fast runtergefallen, weil ich mich geworft habe. Warum könnt ihr euch morfen? Ich habe gar keine Morphs. Weil du nichts gekillt hast, Gampo. Junge, das nimmst du zurück. Okay, Leute, hier geht es weiter. Go, go, go. Bin am Sprinten. Es ist schon wieder dunkel. Schön die Arme haben Shaken, Digga. Wie ein echter Walker. Nordic Walking mache ich. Gabo, checkt das auch nicht. Das ist krank. Ich passe hier nicht durch, Gampo. Das ist nicht dickgerät. Ben, ich kann doch nichts dafür, dass du nur im Gym die ganze Zeit... Hey, da unten sind Dings. Kisten. Da oben sind Skelette. Pass auf. Ah, Hilfe. Freunde. Figen. Ich wohne hier jetzt. Was ist da drin, ey? Figen. Das sind so schnee. Alter. Das ist überviel Zeug. Du darfst hier nicht rein. Nein, Ben, du hast die Fähigkeit. Hör auf. Ich hatte voll viel Rüstung. Wieso gilt ihn das? Hättest du mal ein Schild gemacht, Gampo. Benjamin, ich hasse dich gerade so sehr, wirklich. Ist das geisterkrank. Man. Aber weißt du, was lustig ist? Wisst ihr noch, als wir den Abbieger in die Mansion gemacht haben? Da war doch das Bett. Let's go. Oh, ich bin anders wieder ready. Da war ein Creeper. Habt ihr den auch gesehen? Ja, ja, Mann. Der war voll krass. Ich bin Reh, so wie Bambi. Wir müssen einmal über den Berg, Leute. Hier ist Pulverschnee. Das ist eine Wumpe. Ich stack mich hoch. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Wollen wir hier drüber, oder? Ja, ja, wir müssen da drüber. Okay. Hier ist ein Zombie im Pulverschnee. So ein Opfer. So ein Opfer. Benjamin, sag doch was. Hey, das war ich nicht. Ich sterb hier halt. Oh, what the heck? Das sind ja echte Creeper. Oh, mein Totem war zerrisch. Oh nein, beim Totem. Bei so einem Ding da. Ben Totem. Nee, nee, Creeper. Das war ein Creeper. Nee, der... Leute, wir müssen den ganz schnell weg einfach. Tja, das Totem ist weg, Leute. Der sagt das auch mit so einer Selbstverständlichkeit wirklich. Ey, das ist eine Riesen-Bottle. Das ist eine XXL-Bottle. Aber um die Bottle geht's heute nicht mal. Die erkunden wir ein anderes Mal. Junge, wo führst du uns hin, ey? Passt auf, ich hab da was ganz Wildes gefunden. Das entfernte Bottle-Land. Ja. Ein ganz entferntes Bottle-Land. Schaut mal da. Da ist eine ganz, ganz wilde Bottle. Die werden wir heute erkunden schaffen. Schau mal, Ben. Die wussten, dass du kommst. Da ist ein Red Carpet für dich. Boah, hey, was ist das denn für eine? Die checken wir heute ab. Bottle. Das ist die Jura-Fakultät. Oh nein. Traumata. Let's go, Reiter. Leute, meine Bridging-Künste wieder am Start. Pass, Bridge mal? Auf gar keinen Fall. Man muss auch ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein. Meinst du, ich kann's nicht zu dir, oder fall ich jetzt runter? Ich hab keinen Bock den ganzen Weg zu bauen. Der ganze Weg, also weiß ich nicht. Ich denk, dein Spawn müsste auch noch an der Menschen da sein, aber selbst das ist noch weit. Oder musst du auch nochmal durch die Arktis da, die ist auch anders gehopst. Wäre der noch da? Ja. 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 Wie kommen wir da jetzt am schlauesten runter? Ich weiß es nicht. So eine seitliche Treppe? Durch den Stöpsel? Nee, nee, wir müssen schon unten rein. Ja, ist doch kein Problem. Wie machen wir das? Ist das kein Problem? Ich muss eine Treppe nach unten bauen. Aua, au! Ich hab zwei Herzen. Und da tust du. Ich hab Ben grad nicht gesehen. Ich dachte, der wird runtergefallen. Ben, hör auf. Ben, hör auf. Ben, hör auf. Hahaha. Boah, was ist das denn? Was erwartet denn uns jetzt hier? Das ist die Bibliothek aller Bibliotheken, Leute. Erste Kiste. Es gibt Fackeln. Die wolltest du doch eben haben, Benjamin. Ja. Oh mein Gott, hört ihr das? Ja, hier sind glaube ich Hass oder Zombies oder so. Oh nee, bitte nicht. Warte mal, ich muss hier mal. Alles dunkel, ey. Ich muss hier mal ein bisschen lauter stellen, damit ich sie besser hören kann. Bei mir ist alles super hell. Ich hab was gefunden. Was denn? Was denn? Komm mal her. Toll. Was hast du gefunden? Ja, nix. Ach, okay, chillig. Mann. Oh, ich hab hier wirklich was. Deine Ehre. Mann. Junge, hier sind überviele. Hey, jetzt hab ich aber wirklich was, Leute. Das ist jetzt ein Meme, aber ich hab wirklich was. Minecraft-Flasche von Banuten. Ey, Junge. Mann. Leute, lasst eine positive Bewertung da, falls euch mein Format Minecraft-Bottle gefällt. Mann. Ich find hier nichts. Auch nichts. Das ist ja ein schlimmes Lavier. Rind hier, ey. Ich hab eine Kiste gefunden. Eisen, Gold. Boah. Geil. Direkt Geiern, komm. Ich hab mich anders verloren, muss ich sagen. Nein. Mann, hier leuchtet doch alle gar nicht aus. Wir dürfen hier keinen zurücklassen. Außer Ben. Bitte? Bitte was? Ich hab nur ein Steinschwert, Leute, ne? Und wir haben keine Schilder. Das wird ganz wild gleich oben. Nein, nein, das passt schon. Oh mein Gott, ich hab eine Kiste gefunden. Goldapfel. Goldklumpen. Knochen. Goldapfel? Ja. Ich hab noch eine Kiste. Ach, das ist die Kiste, die ich gerade hatte. Perfekt. Ich hab eine Kiste. Das ist die Kiste vom Spawn. Ich hab noch eine Kiste. Eisenklumpen, Goldapfel, Feuerzeug. Boah. Eine geile Bracke habe ich hier. Ich hab schon wieder die Kiste zum dritten Mal gefunden. Leute, wo seid ihr? Ich bin in einem Labyrinth gerade. Echt? Ja. Oh mein Gott. Morgen, Garmo. Ben ist anders durch mich durch. Ja, ich such hier. Ich bin auch. Ich war gerade am Anfang wieder. Hier ist eine Kiste. Ja, das war wahrscheinlich die von Elina. Leute, habt ihr irgendwas gefunden? Nein, gar nichts. Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Hä? Oh, wieder nix. Sackgasse. Ich reiße, ich zünd das Ding gleich an. Das brennt doch bestimmt richtig gut. Ich sag, das ist hier. Wo? Hier. Wo bist du? Oh, hier ist safe, safe, safe. Hier ist noch nichts ausgeleuchtet. Wo bist du? Du siehst ja meinen Namen, Garmo. Wo hab ich den Gluck drauf? Oh, ich dachte, es ist safe hier, ne? Aber da war nix. Hä? Das kann doch nicht so schwer sein. Das muss hier sein. Hier war nix ausgeleuchtet. Auch nicht. Hä? Hä? Hier muss es doch noch einen Gang geben. Warte, hier, 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 hier ist noch ein Gang. Zwei Gänge. Ja, hier ist es safe irgendwo. Hier ist nix. Ja, hier ist nix ausgeleuchtet. Nix, 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 nix. Boah, ich meine, es gibt tausend Gänge und die... Aber so, so groß sah die doch gar nicht von außen aus, die Bottle. Boah, die ist riesig. Ich hab's hier, 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 hier. Oh, wie cool. Oh mein Gott. Let's go. Kiste. Stark, Ben. Fuck. Noch mehr, fuck. Ich hab die ganze Zeit nicht ausgeleuchtet. Wer seid gedacht, dass ich... Junge, wieder. Achso, wir sollten ausleuchten? Hab ich auch noch. Ja, ey. Ja, das war eigentlich volles Smartphone. Wenn so, ich leuchtet's aus. Überstark, Ben. Ja. Überstrong. Der war doch fuck in der Kiste. Kannst du da nehmen. Dunge, warum kletterst du runter? Ja, weil ich runtergefallen bin. Hallo. Die Sounds mit den ganzen Tieren werden lauter, Leute. Ich kann das alles nicht mehr. Wir müssen noch eine Etage hoch. Ja, wir scheinen noch weiter nach oben zu gehen. Ich hab nen Schwamm gefunden, Leute. Yeah. Ja, nimm nur mit. Dann nimm jetzt mal einen Schwamm. Mein Schwamm. Au. Ich kann das alles nicht mehr. Ich find hier nichts. Sind wir eben eigentlich nach oben gegangen oder sind wir immer noch unten? Nach oben. Nach oben. Okay, okay. Jetzt leuchte ich aber auch raus. Eigentlich dürften wir das jetzt schneller finden. Habs. Echt? Wo bist du? Ich bin eine Maschine. Hier. Eine Suchmaschine. Ich bin ja nicht hier, bin ich. Also ich bin halt neben Bücherregern. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ach, verdammt. Ich bin so nah und doch so fern. Dann baue ich mich einfach durch. Jo, das ist cheating. Hey, wie hat's da durchgegraben? Echt? Habs gefunden. Habs gleich. Habs gleich. Habs gleich. Aua. Huch. Ich habs. Huch. Wenn's einer von uns geschah. Weg. Ähm. Oh Gott. Gammbo, nicht so gierig. Oh, der stirbt. Hey, ist ein Bossraum oder so? Raum. Bossraum. Bossraum. Der Boss. Ich lud nur die Kisten weg. Alter, ich hab voll die OP-Rüstung. Hey, hör doch auf. Nicht hier wegbauen hier. Ich hab mich nicht weggebaut. Wir kämpfen hier. Ups, Entschuldigung. Ausleuchten, die Baba-Butze. Stimmt, wir müssen ausleuchten. Das ist überschlauer Call. Stark, Ben. Aber wo spawnen die? Ich seh's gar nicht. Hier ist ein Boss. Hier ist ein Boss. Nein. Ja, das ist ein anderer Boss. Ja, ich bin tot. Raust rein. Ich verkaufe euch. Oh mein Gott, der ist mega heftig. Wir hätten doch ein Schild machen sollen. Oh, der ist ultra heftig. Oh nein, ich glaube, ich verbrenne, Leute. Nein, Elina, nicht verbrennen. Ah, ein bisschen her. Ich hab ein Diamantschert mit Bann. Nein. Oh, Leute. Ich mach ein taktisch Ruckseh. Ich kann das alles nicht mehr. Elina will was sagen. Ja, genau. Ich hab drei Goldämpfe. Oha, dann gib jedem einen. Ja, ja, ja. Let's go. Ich hab einen bekommen. Ach so. Ich hab einen. Ich hab noch, ähm, braucht der eine Eisenbrustplatte, der Eisenhelm? Eisenhelm. Ja, okay, nimm du ruhig, Elina. Nein, du. Nein, nimm du ruhig. Attacke. Let's go, Rainer, Leute. Diesmal schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es, Ben. Oh, der ist bei Ben. Ich hab einen Hit gefressen, aber... Oh, Rainer. Stark. Let's go, let's go. Leute, ich hab ein paar Kisten gesehen. Rainer. Ich hab schon die Hälfte gedoodet. Ich hab die ganze Zeit Kisten gesehen, ey. Das denkst du, warum ich das Diamantschwert hab? Jo, du Assi. Rote Beete. Verbrennung 2. Meine Lieblingskist. Oh, Verbrennung 2 ist big. Braucht jemand noch eine Bracka? Ich hab nice Brackas. Ja, ich brauch eine Bracka tatsächlich. Ich hab einen Dia-Helm. Boah, geil. Gabor, hast du das aus mit TNT? Nein, ich brauch... Ich hatte keine Bildblöcke mehr. Seid mal. Wer lässt denn hier 6 Obsidian in der Kiste? Hab ich nicht gesehen. Hab ich gesehen, hab ich ignoriert. Jo. Na, starker Loot. Ihr habt ja übelst Dia-Loot. Ja. Ich hab aber... Na, geht. Also, ich hab ein Dia-Schwert. Mehr Dia-Sagen hab ich nicht. Boah, die Bücherregale sind aber auch cool. Stimmt, jetzt hab ich Elina nicht den Dia-Helm gegeben. Ich hab ja nicht mal selbst sein. Warte mal, da ist irgendwas mal da. Ich nimm die ganzen Knochen mit, dann können wir gleich noch was essen. Dann gibt's ein Festmahl heute. Boah, geil. Was gibt's denn, Leute? Paws Armor. Bin ja auch mit. Aqua Infinity. Ist bestimmt auch gut. Stimmt, Bücherregale kannst du auch immer gebrauchen, Angel. Ja, fühle ich. Was kann ich denn hier wegwerfen? Ich muss irgendwas wegwerfen. Das hier. Strings brauchen wir nicht. Let's go, Leute. Wir haben letztes Mal ja richtig heftig abgesahnt. Und mit wir meine ich Ben. Weil Ben ist der Einzige, der alle Items bekommen hat. Das stimmt nicht mal ansatzweise. Dafür schmeiß ich jetzt zwei Sachen von unserer Kiste runter. Nö, lass mal. Na, Benjamin. Lass mal bitte. Das ist uncool. Du hast Dornen drauf. Ich falle. Benjamin, warum hast du denn Dornen drauf? Ach, jetzt bin ich ja auch schuld, ne? Wie asozial. Ach, ich falle bei Elina. Damit gehört ja ihr Haus jetzt auch mir. Warum hast du denn Dornen auf deiner Rüstung? Wie assi. Hör sonst was, ne? Dann schieß ich zwei, dann bist du tot. Jetzt muss ich hier den ganzen Weg zurücklaufen. Elina, darf ich einmal in deinem Bett schlafen? Hey, hä, die Tür war zu. Mann, oh. Ja, ich hab hier auch. Hallo, ich hab hier ein Problem. Nein, bock ihn einfach weg, wenn er sich anstellt. Ah, Mann. Easy. Auf dem Weg. Nein, ich hab mir, oh mein Gott, ich bin so weit weg. Haha, was hast du davon, Elina, weil du mich attackiert hast, ich war nur in der Notwehr. Boah, weiß ich nicht, ob das Not wäre. War zwar nicht dabei, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Elina keine andere Wahl hatte. Dann weißt du es ja auch, wenn du nicht dabei warst. Er hat mich heimtückisch in meinem Heim attackiert. Heimtückisch? Ich hab gesagt, du sollst draußen und hab dich mit dem Bogen bedroht. Heimtückisch? Du hast es doch grad bestätigt. Ja, aber du hast angefangen. Hä? Du hast mein Haus besetzt. Ich bin wie ein Nomade. Ein Flaschen-Nomade. Hey, Junge, hör auf, die Flaschen so runterzureden. Das sind über gute Häuser. Da sind ein paar Löcher, die müssen da geflickt werden, aber ansonsten sind die doch grundauf solide, die Teile. Ich schmeiß noch eine Sache weg. Nein, Benjamin, hör auf. Wir müssen mal unsere Sachen ein bisschen zusammentragen. Wir müssen auch mal gucken, dass wir ein bisschen teilen. Weil Ben hat mir hier auch zu gute Ausrüstung, sag ich dir ehrlich. Ich hab schlechterer als du. Benjamin, ich schlag dich und krieg jetzt Amid. Ich hab nur hier, nimm doch mal die Hose. Ja, okay. Siehst du, du versteckst auch Sachen vor uns. Ich hatte Fluch der Bindung. Nein. Elina, Junge. Junge, du dreckiger. Das Geile ist dadurch, dass wir unser Zeug ja nicht verlieren, wenn wir sterben, hast du die jetzt für immer. Perfekt. Mann, das ist überdumm. Aber da ist Unbreaking 3 drauf. Die ist so nicht schlecht. Die ist übergut, Junge. Du bist kacke. Okay. Essen. Warte mal, mein Essen müsste jetzt fertig gebrannt sein. Da geh ich mal kurz zu in meinem Haus rein. Aber das hab ich schon vor der halben Stunde da rausgenommen. Junge. Oh Mann. Ich mein, du meinst natürlich die letzte Folge. Ich hab's dir doch grad hingeschmissen hier. Echt? Oh, wo? Er gibt mir 6 von 36. Es ist die Hälfte. Nein, das waren auch gar keine. Benjamin, selbst ich hab... Ich hab jetzt noch 6. Ich hab 14 Stück da reingepackt. Ja, aber ich hab jetzt so noch 6. Da waren schon 15 drin. Ich hab die halt alle verbraucht. Nein, du hast keine 30 Kartoffeln gegessen. Allein der Kampf gegen Elina grad hat 5 verbraucht. Entschuldige mal. Wo ist die denn eigentlich, Junge? In meinem Haus, Junge. In meinem Haus, Junge. In meinem Haus, Junge. In meiner Haus-Party, let's go. Oh Gott, wir sind alle weggegangen. Yippie. Die sind anders weggegangen, ey. Lass uns Kissen schlachten machen und über Jungs reden. Weg da. Über Jungs reden. Wir wollen mal losgehen. Okay. Ähm, wie findest du Jungs so? Abstoßen. Ich stehe auf Ben. Widerlich. Boah, was? Meinst du den da? Hast du einen Quash auf den? Einen Quash? Quash. Nee. Auf Ben? Wahrheit oder Pfeil ins Gesicht? Ben hat einen Pfeil im Gesicht, denke ich. Hat der den noch? Oh, nee, schade. Ey, Lina. Steckt der wirklich in deinem Gesicht? Nee, der steckt in deiner Hüfte, Junge. Was ist denn mit unserer Tierfarm geworden? Gibt's die noch? Die Tierfarm? Oh, Junge. Pass auf, da kann's ja wieder runterfahren und sagen, ey, ist ein Loch. Ben, da sind auch Löcher und die sind da auch wegen dir. Du hast gesagt, dass die safe sind. Ich hab drei Schwarztee, das weiß. Guck mal, hier bist du, Ben. Ein Babyschwein. Der hat auch so einen riesigen Schädel. Der ist schon wieder weg. Ich kann das alles nicht mehr. Moin. Ja, ich brauch Weizen. Leute, lass mal. Nein. Kack auf Weizen jetzt. Wir tragen jetzt mal unsere Sachen zusammen. Ich muss auch mal ein bisschen ausmisten. Ich hab so viel Müll wieder hier. Weg alles damit. Pfui, Teufel. Eisen können wir hier lassen. Das können wir auch hier lassen. Alles weg. Ich hab Weizen, Ben. Brauchst du Weizen? Für die Tiere. Kriegst du aber nicht. Kriegst du nicht. Gib ich dir nicht. Ich könnte mir mal ein Eisenschwert machen. Wäre mal ein Upgrade. Ein bisschen Holz. Haben wir noch mehr zu essen? Obwohl, ich hab eigentlich genug. Zack, zack. Leute, es ist soweit. Ja. Ich hab einen geheimen, geheimen Auftrag bekommen. Seid ihr ready? Okay, ich bin ready, Bombeck. Ich bin ready. Wir sind ja inzwischen ganz gut ausgerüstet. Und ich hab da mitbekommen, da hat mir ein Vogel gezwitschert. Aus Reihen von Gumbo Games International. Dass hier sich auf dem Server ein, wie nennt man das? Eine Dungeonflasche befinden soll? Wo wohl heftiger Loot auf uns wartet. Aber Bruder, das wird nicht einfach. Da werden wir den Waro Titan Walls Gewinner brauchen. Uff. Uiuiui. Benjamin, aber da brauche ich aber auch alles. Da brauche ich Waro Titan und Walls. Also gleichzeitig auch. Sonst wird's schwierig. Gib mein Bestes. Equip dich mal komplett. Elina, du auch. Ich hab einen Eisenhelm hier für dich. Oha. Angelbruch. Habo. Was ist besser? Äh, Diamond Chestplate ohne alles oder Iron Chestplate mit Prod 4? Diamond Chestplate ohne alles. Ich hab keine Ahnung. Echt? Jaja. Okay. Dann trau ich dir mal. Gut. Ich hab Essen. Ich hab aber kein Schild. Kann mir jemand ein Schild? Warte mal. Haben wir Holz? Wir haben kein Holz, ne? Ein bisschen, aber nicht so viel. Ja, ich hau jetzt einfach den Baum hier weg. Muss der Baum halt dran glauben. Wir haben eh genug Flaschen mit Bäumen drin. So. Zack. Uh. Elina, brauchst du ein Schild? Ja. Mach ich dir eins mit? Bei Ben hat sich ja nur für sich eins gemacht. Hör ich durch. Das hat's wirklich nur für sich gemacht, ne? Das ist respektlos. Ganz schlimm ist das. Zack, zack. Leute, seid ihr ready? Yes. Ja. Let's go. Ich hab absolut keine Ahnung, in welche Richtung wir müssen. Ich denk, wir müssen wieder hier durch die Benjamin Maul. Wie viele Rüstungspunkte fehlen? Euch, mir fehlen dreieinhalb. Das Problem ist, Gambo, stopp. Ich war doch noch nicht ready. Ich hab gelogen. Warst du doch nicht ready? Warum lügst du immer? Ich musste wieder an das eine Mal denken. Ja. Wir gehen jetzt so. Erzähl die Story, Gott. Kann ich dir erzählen? Easy. Wir wollten was essen gehen. Elina meinte, Gambo, such mal was raus. Lass mal richtig geil essen gehen. Ich hab über Bock. Ich so, ja, Mann, Digga. Ich hab auch noch nichts gegessen. Lass mal jetzt so richtig so auf Schlawina-mäßig komplett reinhauen. Die so, ja, geil, geil. Und dann überlegen wir so die ganze Zeit, was können wir machen? Achso, wir müssen hier links. Achso. Wo müssen wir hin? Was können wir essen? Und dann hab ich was rausgesucht. Wir waren da auch direkt an dieser Reihenpromenade. Ich guck so von außen. Karte sah auch stabil aus. Leute waren auch viele da. Das heißt, das ist ja immer ein gutes Anzeichen. Und dann sagst du, Elina, sollen wir da rein? Ja. Elina, bist du dir sicher? Ja, ja, safe. Wir gehen nochmal vor den Eingang. Die guckt nochmal so diese Außenkarte mit dieser Tafel, wo ja nochmal handschriftlich Sachen draufstehen. Liest sich das durch. Ich sag so, ja, ja, klingt gut, passt. Also gehen wir da rein. Dann stehen wir da. Hat jemand Blöcke? Ich hab nur noch ganz wenig. Keine Blöcke. Wenn, hast du Blöcke? Nee. Nein. Also ich hab noch ein paar, alles, was ich habe. Nee, dann warte, dann hol ich noch ein paar Blöcke, sonst geht das krachen. Ich frag sie nochmal. Dann stehen wir drinnen. Wir stehen drinnen, gucken uns die große Speisekarte nochmal an. Sie guckt. Und wir wollten gerade auf den Kellner zu, der diese Tische zuweist. Ich geh hin. Bruder, die ruft mich zurück. Die so, Gambo, 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 ich hab gelogen. Ich hab ihn dir doch nicht essen. Die hat da wirklich, die sagt nicht so, nee, Gambo, ich hab schnell anders überlegt. Oder nee, Speisekarte gefällt mir nicht. Nee, nee. Die sagt, Gambo, 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 ich hab gelogen. Ich mag hier nicht essen. Mann, ey, das war so nice. Ich hab so einen Lachanfall bekommen, da ich so, ja, komm, komm dann raus. Hier gehen wir woanders hin. Das Ding ist, also, das Ding ist, ich dachte mir so, ja, okay, also, ja, nimmst du das? Hä? Nee, ich bin bei Gambo. Junge, hier war ein anderes Skelett mit verzauberten Bogen. Wo ist die Lina überhaupt? Ich baue Blöcke ab hier unter der Insel. Okay, ich hab, ich bin schon wieder zurück. Aber wir bräuchten mal einen Morph, der fliegen kann, ne? Das ist ja geil. Oh, das wäre echt wild. Was kann denn alles fliegen? Fledermaus. Phantom, die könnte man bekommen. Biene? Bienen gibt's sogar hier irgendwo in einem Biop-Safe. Hab ich schon mal gesehen. Aber die Biene sind so nett. Probe, ne Biene. Die sind so nett. Wer holt sich wirklich ne Biene? Ich denk, die Blöcke reichen auch nicht aus. Ich kann das alles nicht mehr. Hast du's gesehen? Ja. Aber ich hab keinen Block, ums wieder, egal, wird schon keiner reinfallen. Benjamin, nein! Ey, das hat mich schon so viele Tode gekostet, Junge. Da muss ich immer wieder vom irgendwo her laufen. Ich hab original nicht einen Block mit. Na, das ist stark. Ist das diese Dungeon-Bottle? Ja, ja, ist die Dungeon-Bottle. Es reicht wieder nicht. Original. Aber Lina hat doch Blöcke gefangen. Ich kann auch noch welche. Boah, Lina. Einmal Lebensretter, oder? Benutzt jetzt noch die ganzen Rest-Dinger. Boah, sogar Slaps, Junge. Die hat anders mitgedacht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Strong? Fastbridge, meine Lina, die Letzten. Ne, Penni. Mann, das ist Obsidian, da kommen wir gar nicht rein. Doch, doch, da unten ist doch ein Eingang, Benjamin. Da ist doch ein Eingang. Meint euch, überlebt das? Na, auf gar keinen Fall. Oh, Ben. Das überlebt man nicht. Ist das kacke. Ich hab, wenn man mir vorbeinlegen sitzt. War sowas wert. Aber das überlebt man. Hä? Als ob. Wie schlecht. Hä, wo sind wir nochmal lang? Du bist durch deine Maut und dann legen sie irgendwann. Nach dem Fuchsbiom. Der Gabo jetzt durch diese Lücke fällt, da feiere ich mich wirklich. Gabo wird grad gekillt von der Spinne. Ciao, ciao, Gabo. Fledermaus. Ja, die bin ich doch gerade am Killen. Ich hab einen Fledermausmorph. Ma, ich kann das alles nicht mehr, dass er die den bekommt. Der hat sogar Nachtsicht. Aber ich hab so das Gefühl, dass ich keine Morphs hab. Oder die wurden resettet. Boah, ich bin eine Fledermaus, das ist ja anders praktisch. Aber ich will das jetzt hier nicht abusen. Ich auch nicht. Das Problem ist, unsere Blöcke reichen, glaub ich, nicht. Zu für was? Doch, also, um hier runterzukommen. Na doch. So ein Fledermaus anderswillig, Junge. Let's go! Ben geht wirklich zu Fuß. Na, Leute. Ja. Ich bin da anders, wie man dich weggeheaten. Junge. Boah, Elina hat das heute schlau gemacht. Die hat sich hier so reingebuddelt. Ja, Mann. Boah, sehr stark. Hallo. Hallo. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Bruder, mach nicht diesen. Okay. Oh. Ja, das schaffen wir aber locker. Ja, wir haben keinen Bogen, ne? Doch, ich hab einen. Okay, dann musst du reißen. Da sind aber noch Kisten, warte mal. Ja, ja, damit man noch was brauchen kann. Ah, auf diese lockere Basis. Ich hab noch einen zweiten, aber ich kann halt nicht so viele Pfeile bieten, leider. Kann man den überhaupt mit Schwertern hitten? Ich denk nicht, oder? Da oben ist doch eine versteckte Kiste. Guck mal. Aber ich hab keine Blöcke mehr, um da hochzukommen. Wir haben keine Blöcke. Wie sollen wir da hinkommen? Hey, klar. Seelensand. Wo hast du denn jetzt Seelensand her? Ich dachte, der hat den Wither abgebaut. Aus der Kiste. Boah, Leute, hier ist Überstuff drin. Ja, schmeiß runter. Schmeiß runter. Bau die Kiste ab. Ja, gute Idee. Aber dann sammle ich alles ein. Junge, hä? Was denn jetzt? Ich kann die Hose nicht anziehen, weil Curse of Binding. Du Dreckiger. Mann. Hä, nur DIA-Stuff. Let's go. Auch richtig viele Pfeile hier noch. Boah, das ist big, Alter. Ich hab full DIA. Mir fehlen noch Schuhe. Hat jemand so... Hier, hier, hier. Die müssten da liegen eigentlich. Geil. Ist unten. Pfeile hab ich. Hast du einen Bogen? Oh, ich hab auch einen Bogen. Ich hab über viele Pfeile jetzt. Geil, Leute. Nina, wie viele Pfeile hast du? Ich brauch nur einen. Ich hab Unendlichkeit. Oh, Alter. Was? Woher? Von dem einen Skelett, was wir gekillt haben. Ah, die hat sich die Bosswaffe geschnappt. Ja. Oha, stark. Sehr stark. Okay, let's go. Ist jeder full equipped? Ich hau mir noch ein Schild rein. Okay, dann müssen wir den Spaß jetzt wohl aktivieren. Ich muss einfach nur den Kopf da draufsetzen, denke ich. Äh, so. Seid ihr ready? Yeah. Warum funktioniert das jetzt nicht? Das haut manchmal nicht hin. Nein, mach nur. Sonst mach ich einfach ein Spawneck. Musst du den nicht schräg setzen, die Dinger? Nee, eigentlich nicht. Kann man, aber der backt manchmal rum. Ich hab da auch manchmal Probleme mit. Echt? Warum mal alle drei ab und dann wieder drauf? Natürlich jetzt auch am, also es kann auch am Server liegen. Aber... Das ist aber scheißegal. Du kannst die ja sogar so platzieren. Das geht auch. Echt? Ja, ja. Was in dem Boden vielleicht? Würde wir das einen höher setzen? So in der Luft? Ich traf das alles nicht. Das ist alles zu hoch für mich. Ah. Oh, oh. Oh, oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das hat geklappt. Jetzt hat's wirklich geklappt. Aber warum schild der hier unten? Ja, weil der auflegt. Der explodiert gleich, Hamburg. Oh mein Gott, weg, weg. Geh weg. Jetzt ist Bogen-Action. Jetzt ist aber auch ein bisschen Aua-Action. Das hat anderswie getan. Boah, der targetet mich für die Slaue, ey. Meine Herzen sind schwarz. Ich seh nichts mehr. Irgendwer ist tot. Oh nein. Er hat die erste... Die müssen mit Bogen schießen, ne? Ich hab nur noch anderthalb Herzen. Junge, der targetet mich. Ich bin tot. Kacke. Seid ihr beide tot? Yes. Ich bin noch mal untergeballt. Ich bin wieder da. Du hast es gleich. Wir haben es gleich, Gabo. Let's go. Strong. Aua, Mann. Wenn es verdorrt. Ja. Wir haben es gleich. Gampo ist wieder. Wir haben es gleich. Was ist mit Gabo los? Wir haben es. Der hat einen Sprung in der Schüssel. Wir haben es. Wir haben drei Herzen. Alter, was war das denn? Wir haben nur drei Herzen. Wir haben nur drei Herzen. Der, wenn du jetzt das ausweiterwarte aussehen willst. Ich schieße die ganze Zeit auf Elina. Die Hälfte geht daneben. Boah, der war tatsächlich schwer, ne? Alter, schwer. Der war echt schwer. Der war echt schwer. Ohne Verzauberung ist der echt nicht ohne. Ja. Ich hab mir schon gedacht, als du gesagt hast, dass das schon easy ist. Boah, Bruder. Ja, ich dachte so, ja. Normal kämpfen wir gegen den mit Power 5 Bogen und so. Dann ist es natürlich easy. Ja. Das hat schon gut reingehauen. Aber geile Ausrüstung haben wir jetzt. Wir haben übergute Ausrüstung, ne? Ich hab zweimal Full Dia gerade im Inventor. Wer hat, wie viele Rüstungen waren da denn drin? Drei volle Sets. Drei volle. Ja, okay. Wir hatten ja schon ein bisschen Dia-Zeug. Dann ist klar, dass das... Ich hab noch irgendeinen Effekt auf mir. Wo hab ich so einen Kackeffekt? Na, keine Ahnung. Ab nach Hause. Beute zurückbringen. Jibbi. Elina, schneller. Was denn? Gambo. Hat der ein Dinger abgebaut? Ja, ja. Ich hab drei Stück abgebaut. Die hat danach gesneakt wie kein anderer. Gambo. Was soll das? Ja, was denn? Willst du, dass ich sterbe? Hä? Nein. Das war Spaß. Mach' noch einen Witz. Mach' einen Witz. Junge, als ob du da drüber sprichst, was ist mit dir, du Schwitzer? Wo ist Ben? Ne, Ben reißt sich schon wieder alles an Equip-Unternahe. Gar nicht. Ich hab' die Tiere gefüttert. Ja, ja, ja. Weiß ich nicht, ob du da so ein guter Mensch bist. So, Leute, ich mach' jetzt mal ne Kiste. Wir machen jetzt mal hier, legen mal alles auf den Haufen. Ich will mal sehen, was wir alles haben. Wir haben eh, ich denke, wir haben in den Dingern auch überviele Crips. Ich hab' kein Holz mehr. Ach, je. Das ist auch wie so ein Holzproblem eigentlich. Kannst du mir was anpflanzen? Ich hab' hier mein Beet. Ben hat' einen rollen Daumen. Ja. Und ne rote Nase. Es wird gebohrt. Auf entspannt. Freitag, 19 Uhr. Boah, ich hör' das. Fühl' ich. Starke Nachbarn. Zack, zack. Aber ich denke, die rächen sich auch ein bisschen dafür, dass du die ganze Zeit am Husten bist. Weil der Benjamin ist nämlich krank, Leute. Schreib' mal gute Besserungen in die Kommentare. Wie der es wirklich, wie der mich ausnutzt für seine Kommentare ist krank. Krank. So. Ich zähl's bei Gambo ein. Da haben wir gleich auch ein schönes Haus, muss ich sagen. Ich hab' über das schöne Haus, Junge. Okay, der Boden ist aus Dreck, aber ansonsten ist es nice. Pass doch. Guck mal, ich hab' sogar Platz für vier Freunde, obwohl ich nur zwei hab'. Nö, ich bleib' bei mir. Zuhause ist ja doch am schönsten. Digga, das ist kein Zuhause, das ist die Kanalisation. Na und auch da leben Ratten oder so. Was ist das denn? Junge, der ist über-creepy. Willst du wirklich so schlafen? Ja. Du willst, dass dich so ganz wahllose Köpfe die ganze Zeit angucken? Ja. Na, okay. Creepy, man. Das ist echt creepy, ey. Creepy. Creepy, bumse, biepie. Warte mal, eine Sache wollte ich noch machen. Äh, da, da, da. Wo ist die? Ah, die Kiste, genau. Nee. Hä? Hier ist die Kiste. Zack, zack, zack. Boom. Ben, hör doch auf, warum machst du so? Da, da war blockt runter, du Arsch. Du Kleider. Let's go, Leute. Mit dem Tod von Benjamin verabschieden wir uns von dieser glorreichen Folge, wo wir sehr, sehr viel Stuff bekommen haben. Äh, schreibt gerne in die Kommentare, was wir sonst noch hier auf der schönen Map so bauen sollen oder vielleicht auch mal machen sollen. Irgendwelche coole Challenges sind auch gerne gesehen. Vielen Dank für die 50.000. Äh, haben wir gestern geklärt. Ich weiß nicht ganz genau, wann das Video online kommt. Das heißt, äh, bedanke ich mich wahrscheinlich ein paar Mal für die 50.000. Aber, äh, manche natürlich gerne. 50.000, Leute, darauf essen wir einen Back-Grupp. Ja, darauf dance ich den Gritty. Go to 100k. Ich mach den Gritty. Let's go. Let's go, Leute. Lasst eine positive Bewertung da, falls euch das Video gefallen hat. Aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen, Leute. Es kommen bald auch ein paar andere Formate und auch andere Spiele. Also seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Benzong. Ciao. Ciao. Ciao.